Ich werde heute Polizist in GTA 5. Bedeutet, heute sind wir diejenigen, die die Verbrecher jagen und ins Gefängnis einsperren. Außerdem bekommen wir unsere eigene Polizei-Uniform und wir dürfen sogar mit richtig coolen Polizeiautos rumfahren. Deshalb schaut euch den Film bis zum Ende an, lasst einen Daumen nach oben, abonniert und jetzt viel Spaß. Ich glaube, ich sollte nicht so viel rumlabern, weil wenn ich einmal ganz kurz aufs Handy schaue, es ist schon 13 Uhr und ich hätte eigentlich um 7 Uhr bei der Polizei sein müssen. Weil wie ihr wisst, darf ich da heute einen ganzen Tag lang arbeiten, also ich hoffe mal, dass ich das noch darf, weil wir sind 6 Stunden zu spät. Aber zum Glück habe ich hier ein schnelles Auto, mit dem wir direkt mal zur Polizei runterdüsen können. Ey, ich bin schon so aufgeregt, Leute, weil ich meine, sonst bin ja immer ich derjenige, der von der Polizei gejagt wird. Und deswegen ist es, denke ich, ganz cool, dass wir das Ganze heute einfach mal drehen und ich dann derjenige bin, der alle ins Gefängnis einsperrt. Und oh, oh, ich sehe auch gerade vor mir ist direkt die Polizei. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht jetzt kurz an die Verkehrsregeln halten. Ich meine, wenn ich da gleich arbeite, dann darf ich mir hier vorher keine Fehler erlauben. Junge, komm schon, fahr irgendwo anders lang. Ich muss zur Arbeit, Junge, ich bin 6 Stunden zu spät. Okay, ich glaube, die fährt da drüben lang, Leute. Jetzt können wir kurz aufs Gas drücken, aber wir müssen uns jetzt echt beeilen. Am Ende nehmen die uns nicht mehr an, weil ich meine, wenn man 6 Stunden zu spät auf Arbeit kommt, dann glaube ich nicht, dass der Chef noch so Bock auf einen hat. Aber wir werden ja sehen, Freunde, ob die Polizei uns noch annimmt. Wir sind doch eigentlich so gut wie da. Ihr seht es vielleicht schon unten links auf der Karte. Hier rechts ist jetzt gleich schon die Polizei. Ich hatte tatsächlich gestern schon so ein kleines Bewerbungsgespräch. Und eigentlich... Oh, Junge, lauf schneller über die Straße. Danke. Danke, Mann, immer diese Fußgänger. Oh, oh, es sind schon einige Leute da. Das ist nicht so gut. Ich bin wahrscheinlich der Letzte, der jetzt kommt. Leute, egal, wir rennen. Wir müssen rennen schnell. Ja, schönen guten Tag, Sir. Bye, Sir. Oh mein Gott, Leute. Okay, wartet kurz, Freunde. Guten Morgen. Hier ist Lumex. Ich darf heute einen Tag lang hier arbeiten. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ihre Schicht hätte vor 6 Stunden begonnen. Vor 6 Stunden. Ja, das ist richtig. Ich muss eben noch einer alten Oma über die Straße helfen. Ah, okay. Verstehe. Gut. Ihre Dienstuniform finden Sie hinten. Erster Raum. Ja, das hört sich gut an. Erster Raum. Ich bedanke mich. Okay, Leute. Anscheinend dürfen wir doch noch arbeiten. Sie meinte erster Raum. Okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier rein. Lockerrooms. Da müssen jetzt die Umkleiden sein. Ich hoffe mal, dass wir uns da jetzt umziehen können. Okay, da hinten steht gerade schon ein Officer. Egal, Leute. Wir gehen mal hier in diesen blauen Kreis. Und jetzt steht oben links, dass wir einmal E drücken sollen. Ich würde sagen, wir drücken mal E, Freunde. Und dann schauen wir, was passiert. Okay. Oh, sehr krass. Schaut, es hat sich ein Menü geöffnet. Da steht jetzt Go on Duty. Das heißt, übersetzt so viel wie, dass wir jetzt hier den Dienst beginnen. Das heißt, sobald ich jetzt Enter drücke, sind wir offiziell im Polizeidienst. Dann würde ich sagen, woher fahrten wir? Los geht's. Und mal schaut. Ihr seht, es gibt jetzt hier einfach so richtige Polizeiautos. Digga, das ist so cool, Leute. Man kann auch jetzt hier zum Beispiel so einen Krankenwagen fahren. Dann einfach so ein FBI-Undercover-Auto. Aber wir in dem Fall brauchen jetzt hier einmal das Polizeiauto. So, bam. Wir haben das einmal bestätigt. Und schon haben wir hier einfach jetzt unser Dienstfahrzeug. Bedeutet, ihr seht unten links, da steht jetzt, dass wir im Dienst sind. Das heißt, ab sofort, Officer Lumex ist am Start. Okay, dann schauen wir mal, Leute. Das heißt, wir sind ab jetzt offiziell ein Officer. Und das heißt, es könnten hier jetzt schon überall verdächtige Personen rumlaufen, die wir dann schlussendlich eigentlich ins Gefängnis einsperren können. Ich meine, schaut mal. Das ist ein richtiger Polizist. Richtige Polizei-Uniform. Haben wir jetzt auch so Waffen? Lol. Wir haben einfach so eine Shotgun, Leute. Und Pistolen haben wir auch. Aber wir dürfen da jetzt nicht einfach so rumwandern. Ich meine, Leute, wir sind ja jetzt hier offiziell bei der Polizei. Das heißt, wir gehen jetzt mal wirklich einfach dem normalen Polizeiautag nach. Und schauen mal, wen wir hier heute alle so verhaften können. Natürlich müssen wir uns jetzt auch so ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. Weil ich meine, wir sind ja bei der Polizei, Leute. Wir können nicht einfach bei Rot fahren. Wir müssen jetzt warten, bis Grün wird. Und warten, bis dieser alte Opa da über die Straße läuft. Wobei, ich muss ehrlich sagen, der, der schaut mir ein bisschen suspekt aus. Vielleicht ist das ja auch ein Drogendealer oder sowas. Ich glaube, das ist jetzt hier die perfekte Zeit, um direkt mal eine Personenkontrolle durchzuführen. So, Kollege. Sie sind hier vorläufig erstmal festgenommen, ja? Nee, nicht abhauen. Du bleibst jetzt hier schön stehen, Kollege, ja? Hast du mich gehört? Du sollst stehen bleiben. Hände hoch. Ab auf den Boden mit dir. Auf den Boden. So, Leute, er liegt jetzt auf dem Boden. Wir machen ihn direkt erstmal hier Handstein ran, Junge. Warum so ein Ding ist das? Du bist vorläufig festgenommen. So, Kollege Schnürschuh. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, hä? I am under the water. So, Leute, ich würde sagen, als allererstes durchsuchen wir ihn erstmal, ob er irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich hat. Ihr seht, wir haben ihn jetzt einmal durchsucht. Okay, bisher hat er an sich nichts Auffälliges dabei. Aber wer weiß, vielleicht ist er in irgendwelche illegalen Machenschaften verwickelt. Deswegen, es tut mir sehr leid daher, aber ich werde sie jetzt erstmal leider mit aufs Revier nehmen müssen, ne? Denn da werden wir noch die ein oder anderen Tests mit ihm machen. Wir müssen Fingerabdrücke und sowas nehmen. Wer weiß, Leute. Vielleicht ist das irgendein Serienmörder oder so. Man, man, man weiß es ja nicht. So, und dann würde ich sagen, Kollege Schnürschuh, ja? Kannst du dich hier erstmal ins Auto reinsetzen jetzt hier, ja? Rein mit dir! So, blau dich jetzt wieder an, Leute. Und dann haben wir einfach direkt die erste Person festgenommen. Also, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich sie festgenommen habe, ihr habt das alle auch gesehen. Die ist ganz verdächtig gelaufen. So, und wir sind ja jetzt zum Klick direkt am Polizeirevier. Das heißt, wir können hier direkt einmal einknasten, ne? So, das heißt, wir holen den Kollegen hier direkt mal aus dem Auto raus. So, Kollege, raus mit dir! Ähm. Ich wollte das nicht. Das war aus Versehen, ja? So, und dann würde ich sagen, Kollege Schnürschuh, kommst du erstmal mit aufs Revier jetzt hier? Das heißt, wir gehen einmal hier ins Revier rein. Und dann stecken wir den Kollegen hier erstmal in Untersuchungshaft rein. So, jetzt kann er sich noch eine Zelle aussuchen. Welche gefällt dir, hä? Die ganz rechte willst du haben? Das machen wir, das ist kein Problem. Einmal rein mit dir, Junge. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß hier, ja? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Okay, ich glaube, mir sieht nicht so glücklich aus. Egal, Leute. Wir haben den ersten Dude festgenommen. Leute, ich bin hier gerade ein bisschen random am rumfahren. Und ich habe hier gerade so ein Dispatch bekommen. Ich habe den jetzt mal angenommen. Ich glaube, es ist jetzt so ein richtiger Polizeiauftrag. Lol. Ich glaube, es ist eine Verfolgungsjagd. Die brauchen meine Hilfe. Das ist kein Problem. Wir machen hier Sirene an, Junge. Und jetzt kommt Officer Lumex direkt zur Hilfe. Oh mein Gott, Leute. Ihr seht, man muss hier auch so richtige Verfolgungsjagden machen. Ihr seht jetzt unten links auf der Karte so einen roten Punkt. Das ist anscheinend der Täter, der gerade versucht zu fliehen. Aber ich bin doch ja Profi im Autofahren. Guckt mal, da vorne ist er. Das rote Auto, ey, stehen bleiben. Das ist Fahrerflucht. Bleiben Sie stehen. Leute, wir müssen einfach so eine richtige Verfolgungsjagd machen. Guckt euch das an. Hä? Wie cool. Stehen bleiben hier. Hier, letzte Warnung. Ich habe jetzt auch die krasse Sirene angemacht. Das ist mäßig letzte Warnung. Sonst eröffnen wir jetzt das Feuer, Leute. Auf die Reifen, ey. Mal gucken, ob er anhält. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, der Typ will hier wirklich ins Gefängnis, so wie es aussieht. Was macht der? Junge, wo fährst du lang? Ey, alle alten, ey. Guckt mal hier, zwei Autos hinter uns. Ey, Leute, wir rufen Verstärkung. Wartet. Weil das Ding ist, die können nämlich theoretisch bewaffnet sein. Das heißt, ich habe hier jetzt Verstärkung gerufen. Ihr seht, da hinten kommt direkt das nächste Polizeiauto. Und Junge, der fährt hier viel zu schnell. Digga, Leute, wisst ihr was? Komm, ich habe ihm jetzt lang genug Zeit gegeben. Ich eröffne jetzt das Feuer auf die Reifen einmal. Junge, stehen bleiben. An alle Einheiten. Wir warten, das steigt aus. Zielperson scheint sich zu ergeben. Ihr seht, Leute, Verstärkung ist da. Okay, ab auf den Boden mit dir. LSPD. Okay, Leute, wir haben ihn jetzt umzingelt. Letzte Chance. Hände nach oben. Und wir werden das Feuer eröffnen. Sie sind umstellt. Okay, letzte Warnung. Hände nach oben. Und wir werden das Feuer eröffnen. Okay, Leute, wir werden das Feuer jetzt eröffnen. Er hat es so gemeint. Feuer! Feuer! Oh mein Gott. Ja, Leute, so schnell kann das gehen. Ihr habt es gesehen. Das war einfach ein richtiger Polizeiainsatz. Einfach richtige Verfolgungsjagd. Und ihr seht, wir haben direkt den nächsten Einsatz. Leute, nehmen wir auch noch ganz schnell an. Ihr seht, das ist diesmal ein Überfall. Den müssen wir auch noch schnell anfangen, würde ich sagen. Digga, ihr seht, hier ist richtig Action bei der Polizei. Erst jetzt Verfolgungsjagd. Jetzt direkt hier ein Ladenüberfall. Wir machen auch direkt wieder Sirene an hier. Polizei ist unterwegs. Keine Sorge, wir kommen zur Hilfe. Junge, die Polizisten knallen einfach hardcore ab. Sie haben keine Chance. Ergeben sie sich. Letzte Warnung auf dem Boden. Hey, ihr habt ihn einfach abgeknallt. Der Arme. Okay, anscheinend war das nichts. Meine Kollegen haben ihn einfach abgeknallt. Ihr Mörder. Okay, Leute. Hey, ey. Was? Ein Gangmember hat mich einfach abgeknallt. Ich wurde einfach umgebracht. Digga, das gibt es nicht, Leute. Irgendein Gangmember hat sich für ihn einfach, Digga, hat sich für ihn einfach revanchiert und hat mich abgeknallt. Das gibt es nicht. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück zur Wache, hole mein Auto und dann fühlen wir hier unsere Arbeit weiter fort. Digga, das gibt es doch nicht, Junge. Wir können ja jetzt mal schauen, ob wir vielleicht irgendwelche verdächtigen Autofahrer oder so finden, weil wir können auch Autos direkt anhalten und uns dann den Führerschein geben lassen. Und erst mal schauen, ob die Person überhaupt noch einen gültigen Führerschein hat oder ob sie überhaupt einen Führerschein hat. Oder wenn sie zum Beispiel betrogen am Steuer ist, können wir auch den Führer dann einfach wegnehmen. Das heißt, man kann hier wirklich extrem viele krasse Sachen machen. Aber ich glaube, wir fahren jetzt mal in Richtung eines Waffenladens, weil ich habe gehört, dass die Kriminalität in der Nähe von Waffenläden immer besonders hoch sein soll. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir hier einmal mit Highspeed und Blaulicht hin. Denn das ist ein Einsatz. Officer Lumex kommt alle runter von der Straße. Wir können auch verschiedene Sirenen anmachen, Leute. Wir können auch so eine hier machen. Hier, das ist jetzt Sondereinsatz. Habt ihr gehört? Alle beiseite mit uns. Oh, oh. Okay, Leute, wir sollten vielleicht ein bisschen vorsichtiger machen, sonst werden wir gleich noch aus dem Dienst rausgeschmissen. Aber okay, wir fahren jetzt einmal hier rechts, denn da vorne ist nämlich jetzt gleich ein Waffenladen. Und ich glaube, wir schauen mal ein bisschen, ob da in der Nähe vielleicht irgendwas Unauffälliges ist. Okay, wir gucken mal ein bisschen. Hier sieht an sich alles ganz normal aus. Wir parken jetzt hier einfach mal. Blaulicht kurz ausmachen. So, bam. Ihr seht, hier vorne ist nämlich direkt ein Waffenladen. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob hier in der Nähe irgendwelche Leute sind, weil die könnten nämlich theoretisch Waffen gekauft haben ohne Waffenschein. Ihr seht, da vorne sind nämlich einige Leute. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal hin und machen eine ganz normale Personenkontrolle. So, die Dame, die ist gerade hier am Handy. Wer weiß, was sie da macht. Vielleicht will sie gerade ihre Waffen verkaufen, die sie illegal gekauft hat. Aber dafür bin ich ja da deswegen, Kollege Schnüllschuh. Du nimmst einmal das Handy aus der Hand, ja? Denn sie werden jetzt hier erstmal einer Personenkontrolle unterzogen, ja? Genau du, genau du. So, das heißt, wir fragen jetzt erstmal nach dem Personalausweis, hä? Haben sie denn einen dabei? Okay, anscheinend hat sie einen dabei. Wir haben es hier zu tun mit der Sandra Edwards. Geboren 1996, ja? Für 1996 sehen sie aber ganz schön alt aus. Vielleicht ist der Personalausweis hier auch gefälscht, hä? Tja, ich glaube, wir durchsuchen die Dame mal lieber zur Sicherheit, ja? Wir wissen ja nicht, ob sie vielleicht Waffen dabei hat, ja? Das heißt, wir tasten die einmal ab und... Okay, sie hat... Sie hat echt nichts dabei. Junge, sie müssen mich jetzt nicht gleich beleidigen hier, ja? Oh, das war ein Versehen. Okay, ich glaube, wir sollten hier lieber schnell weg. Also, Leute, das ist mein erster Tag. Da können solche Unfälle passieren, also... Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. So, ich muss auch direkt hier zum nächsten Einsatz, ja? Blaulicht ist an hier. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich muss hier nämlich direkt zum nächsten Einsatz. Oh mein Gott. Wir haben hier einfach umgeklatscht. Aber okay, das... Das kann passieren, Freunde. Das heißt, wir fahren jetzt hier ein bisschen weiter durch die Stadt, Leute. Und schauen mal, ob wir vielleicht noch irgendwas Unauffälliges sehen. Vielleicht finden wir ja auch ein paar Autofahrer, die hier zu schnell fahren. Weil dann könnten wir die durchaus auch mal kontrollieren. Aber ich glaube, dafür müssen wir eher so auf dem Highway fahren. Weil da fahren die meistens relativ schnell. Das heißt, Officer Lumex fährt hier jetzt einmal schnell zur Autobahn. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns... Nee. Wir sehen uns gar nicht wieder. Weil dieser LKW hat dieses Stop-Shit nicht beachtet. Drei Sekunden-Regel daher. Das gibt erstmal eine blaue Sirene, Leute. Den halten wir an. So. Okay, der fährt weiter, Freunde. Ich glaube, der hat nicht Bock anzuhalten. Kollege, das ist langsam Fahrerflucht, ja? Okay, ich glaube, er hat jetzt erst nicht angehalten. Nachdem er hier einen Unfall gebaut hat. Das ist hier Schaden an fremdem Eigentum, der Herr. Ich würde sagen, ich hätte jetzt hier erstmal bitte gerne einen Ausweis, ja? Hörst du? Alice Cage. Aha. Geboren 2005. Mhm. Relativ jung also. Ich glaube, die Dame kommt mal lieber hier raus aus dem Auto. So. Ich habe da jetzt gesagt, dass sie rauskommen soll. So. Und ich glaube, so schade wie es klingt, ich muss sie vorläufig festnehmen. Sie sind festgenommen. Handschein ran. So ein Ding ist das. So. Und du, Kollege Schnürsch, du kommst jetzt auch erstmal mit hier, ja? Habt ihr gesehen, wie die mit dem LKW gefahren ist? Die hat hier 10.000 Unfälle gebaut. So. Dann würde ich sagen, durchsuchen wir die Person direkt nochmal. Weil vielleicht hat die ja auch irgendwas dabei. Okay. Sie hat auch nichts dabei. Dann setze ich bitte einmal hin, ja? Einmal bitte hinsetzen. Und jetzt warten wir hier erstmal auf Verstärkung. Weil wir wissen nicht, mit wem wir es hier wirklich zu tun haben, ja? Vielleicht ist sie auch die Frau eines Drogenbarons, ja? Haben sie irgendwas dazu zu sagen, hä? Nein? Ja? Wirklich nicht? Sehen sie sich da wirklich? Ey, ich hab aus Versehen gedrückt. Das war echt kein Absicht. Ey! Ihr geht mich doch jetzt nicht verpetzen, oder? Ey, hallo, wartet mal. Mein Chef feuert mich sonst. Ihr sollt stehen bleiben. Ey, stehen bleiben, hab ich gesagt. Stehen bleiben! Äh! Ähm. War das jetzt illegal? Und du? Du bist viel zu schnell gefahren! Raus aus dem Auto! Wir machen nämlich mit dem Dienst weiter, ja? Sie sind hier viel zu schnell gefahren, ja? Sind sie sich dessen bewusst daher? Nein. Dann ist heute ihr Glückstag. Aus die Maus. Okay. Ich glaube, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ey, und ihr da draußen, ihr dürft mich nebenan meinem Chef verpetzen, ja? Der feuert mich sonst. Und mein Tag hier als Polizist ist noch nicht vorbei. So, jetzt würde ich sagen, machen wir... Nein. Da liegen überall Leichen. Nein! 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 Leute, das waren Polizisten. Die dürfen nicht da langfahren. Nein, 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 nein. Jungs, ihr müsst stehen bleiben. Hallo? Äh. Hinter uns Verbrechen. Gerade eben. Ich hab's gesehen. Ja? Habt ihr das nicht gesehen, Jungs? Hm. Ja? Genau. Geradeaus. Hinter euch. Da war gerade ein Bankenüberfall. Da sollten wir schleunigst hinfahren. Leute, was machen wir jetzt? Sollen wir sie einfach umbringen? Aber wenn wir unsere eigenen Kollegen töten, ist das nicht so gut. Aber am Ende verpfeifen die mich. Ey, Jungs, es tut mir leid. Ich hab keine andere Wahl, aber ihr seid Augenzeugen. Es tut mir leid. Ja! Ähm, ja. Ich glaube... Jetzt haben wir genug Menschen erschossen. Eine Ewigkeit später. So, Freunde. Ich bin auf der Autobahn angekommen. Wir müssen hier auch ein bisschen auf der Autobahn gucken. Weil es gibt hier nämlich dem Öfteren die ein oder anderen Raser. Ja? Und die müssen wir tatsächlich rausziehen. Weil hier auf der Autobahn sind 120. Und er bleibt mitten auf der Straße stehen. Daher, was soll das denn? Sie beinnern den Verkehr hier. Was haben sie dazu zu sagen? Bitte einmal das Auto verlassen, ja? Kollege, bitte einmal raus aus dem Auto, ja? Und dann erklärst du mir mal, was das hier soll, hä? Ich glaube, dafür muss ich dir leider erst mal ein Bußgeld hier reindrücken, ja? Und zwar, ähm, 1,5 Millionen. Ist das ein bisschen viel? Ich weiß es nicht. Ich gebe ihm jetzt einfach ein Bußgeld von 1,5 Millionen. Ja, viel Spaß beim Bezahlen, ja? Leute, wir haben ihm ein Bußgeld von 1,5 Millionen gegeben. Ey, ich finde, ich finde wirklich, ich mache meinen Job als Polizist hier klasse. Jetzt würde ich sagen, fahren wir mal weiter und schauen mal, wen wir hier noch so finden. Vielleicht gibt es hier noch die ein oder andere Person, die hier in der Regel bricht. Ich würde sagen, wir patrouillieren jetzt einfach ein bisschen auf der Autobahn. Wir finden bestimmt noch jemand. By the way, wisst ihr, was mir gerade so auffällt? Wenn ich mit Blaulicht und Sirene fahre, seht ihr, wie die Autos alle Platz machen? Das ist richtig cool. Ja, ja, so ein Ding ist das. Officer Lumex kommt, alle beiseite, Straße räumen, ja? Alle links und rechts ranfahren, Rettungsgasse bieten. Super macht ihr das. Guck, ich fühle mich so krass, Leute. Guck mal, wie die alle Platz machen. Wer hier nicht Platz macht, kriegt auch ein Bußgeld von 1,5 Millionen. So ein Ding ist das. Okay, Leute, ich würde sagen, wir biegen jetzt hier vorhin gleich mal links ab, weil da in dem Wüstengebiet, da sind immer die Kriminellsten der Kriminellsten. Da werden auch sehr oft Drogen und so gehandelt. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch mal hinfahren. Das heißt, wir biegen jetzt hier einmal ganz kurz links ab, ja? Bitte einmal durchlassen, danke. Polizei am Start. So, und dann gucken wir mal, wen wir hier so Suspektes finden. So, ich sehe nämlich, da steht jemand an der verlassenen Tankstelle, ja? Was machst du hier, Kollege, ja? Sieht ein bisschen verlassen aus. Ich glaube, das bedeutet, wir müssen eine weitere Personenkontrolle durchführen. Guten Morgen. Officer Lumix, mein Name, ja? Würden Sie sich bitte einmal ordentlich hinstellen? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Du sollst dich ordentlich hinstellen, habe ich gesagt. Ja. Besser für dich. Okay, kurzes Abend, der, Leute. Er versucht gerade irgendwie abzuhauen. Ich glaube, er hat nicht so Bock auf eine Personenkontrolle. Kollege, ich würde dir jetzt raten, stehen zu bleiben, ja? Du sollst stehen bleiben, habe ich gesagt. Stehen bleiben! Ja! Auf den Boden mit dir! Du versuchst dich hier einer Staatsmacht zu entwenden, ja? Ich bin bei der Behörde. Wenn ich will, ich stecke dich für 100 Jahre in den Knast. Da liegst du jetzt erst mal. Und ich glaube, da kannst du auch erst mal liegen bleiben. So, also, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, von 1 bis 10, wie gut ich meinen Job mache. Also, ich finde, ich bin gar nicht mal so ein schlechter Polizist. So, ich gehe den Regeln nach. Ich sperre böse Leute ins Gefängnis ein. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass der Kollege vor mir ein bisschen zu schnell fährt. So, ich würde sagen, Leute, wir markieren den erst mal. Jetzt habe ich den erst mal nämlich als Suspekt markiert. Und jetzt folgen wir ihm erst mal ein bisschen. Und dann schauen wir jetzt so ein bisschen, wie er fährt. Ihr habt nämlich eben gesehen, da stand gerade, dass hier 50 ist. Aber wenn ich einmal unten aufs Tachometer gucke, fährt der Kollege gerade knapp 100. Das ist leider ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich muss dich einmal rausziehen, ja? Wir machen einmal die Sirene an. So. Bitte einmal rechts ranfahren, der Herr, ja? Es wird langsam Zeit, rechts ran zu fahren. Aber ich habe das Gefühl, der beschleunigt. Kollege, das sieht mir hier ein bisschen nach Fahrerflucht aus. Ey, ich glaube, der versucht abzuhauen, Freunde. Oder? Ah, ich glaube, er schnallt, ja? Besser für dich, ja? Okay, ich glaube, er hat gecheckt, dass er rechts ranfahren soll. Okay, Kollege, ja? Schönen guten Tag. Sie sind ein bisschen zu schnell gefahren, ja? Ich glaube, du kommst mal hier lieber aus dem Auto raus, ja? Und so leid es mir tut, ich muss dich festnehmen! So, Kollege, das gibt Handschellen. Bam! So, einmal mit auf dem Boden mit dir. Und jetzt muss ich auch schon weiter, ja? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hm, wir brauchen eine Idee. Wie bekommen wir am besten 100 Sterne? Leute, ich glaube, ich habe die Idee. Denn aus Geheimquellen habe ich erfahren, dass es hier ein Juwelier in GTA geben soll. Wie wäre es, wenn wir diesen Juwelier heute gemeinsam ausrauben? Denn das soll angeblich der am meistbewachteste Juwelier sein. Wenn man den ausraubt, soll man angeblich 100 Sterne bekommen. Das werden wir jetzt austesten. Und ansonsten, by the way, äh, bitte gib mal Feedback zu meinem neuen Pullover. Also, ich weiß nicht, wie der zustande gekommen ist. Den habe ich mir anfertigen lassen, aber ab sofort ist das kein Off-White-Hoodie mehr. Das ist jetzt Love-White. So ein Ding ist das. Um das jetzt kurz und knapp zu machen, wir müssen uns jetzt erstmal einen kurzen Plan machen. Also, wir wollen ja heute 100 Sterne in GTA 5 bekommen. Und wollen ja versuchen, auch diesen 100 Sternen zu entkommen. Bedeutet, logischerweise, bevor wir 100 Sternen entkommen können, müssen wir erstmal 100 Sterne bekommen. So, jetzt habe ich ja eben schon was erzählt, Leute, von so einem Juwelier. Und zwar, um das kurz zu halten, äh, ich habe Nachrichten gelesen. Und es soll anscheinend in der Stadt, äh, so einen Juwelier hier geben, Leute. Der müsste hier genau bei dieser Krone sein. Also, genau hier müsste der Juwelier sein, Leute. Und ich werde heute versuchen, diesen Juwelier auszurauben. Denn dann soll man angeblich 100 Sterne bekommen. Nur, das Ding ist, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, äh, ich habe noch gar nichts. Also, ich zeige euch das ganz kurz. Ich habe noch keine Waffen. Wir brauchen theoretisch auch noch eine Maske, dass wir nicht erkannt werden. Äh, eine Tasche wäre an sich auch nicht schlecht, um die ganzen Sachen da reinzumachen. Deshalb würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt erstmal unseren Plan. Äh, und zwar hätte ich gesagt, dass wir jetzt erstmal in meinen geheimen Bunker fahren. Ja, Leute, ich habe auch einen geheimen Bunker hier in GTA 5. Äh, und da werden wir uns auf jeden Fall erstmal ein paar Waffen holen. Und auch vielleicht ein anderes Auto. Also, ihr müsst es halt so sehen. Der McLaren hier, den ich habe, der ist auf jeden Fall extrem schnell. Also, Leute, wir machen erstmal einen kurzen Soundcheck hier. Wartet. Wow. Also, der hat auch eine geisteskranke Beschleunigung. Oh mein Gott. So was. Ihr seht schon. Oh mein Gott. Ey, chill mal, mein... Oh mein Gott. Also, Digga, ich kann mich nicht beschweren. Der Wagen ist geisteskrank. Der geht unnormal ab, Leute. Also, da kann man echt nichts gegen sagen. Aber ich sage euch ehrlich. Wenn wir jetzt gleich so ein Juwelier ausrauben wollen, dann glaube ich, brauchen wir, ich sage mal, einen, vielleicht so ein bisschen einen gepanzerten Wagen. Weil, Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir werden heute einfach 100 Sterne haben. Und ich glaube, wenn wir 100 Sterne haben, dann brauchen wir ein schnelles, aber zugleich auch, ich sage mal, ein massives Auto, was sich nicht so schnell wegramm lässt. Deshalb, Leute, werden wir uns jetzt erstmal auf den Weg zu meinem geheimen Bunker machen. Denn da habe ich noch ein anderes Auto stehen. Das würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal. Und, Bruder, Digga, der McLaren geht ja unnormal ab. Sü, wie schnell sind wir? Also, wir waren gerade kurz knapp bei 450 kmh. Das ist abnormal. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Tut mir leid. Ja, Entschuldigung. So, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal ganz kurz abbiegen nach unten, ne? Weil hier müsste jetzt gleich mein Bunker sein. Also, wenn ich mich nicht vermacht habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, der müsste irgendwo hier unten sein. Hier müsste jetzt eigentlich irgendwo mein Bunker sein. Ah. Perfekt. Da ist er doch, Leute. Wir müssen mal ganz kurz gucken, ob wir ihn auch jetzt so leicht einfach aufbekommen. Aber hier müsste ich auf jeden Fall noch die ein oder anderen Waffen haben und auch noch ein Auto. Und ich glaube, damit könnten wir dann... Oh mein Gott. Ich wusste es, Leute. Und ihr seht, Digga, das ist einfach mein eigener Bunker, Digga. Oh mein Gott. Also, ihr seht, ich habe hier noch ein richtig krass gepartetes Auto. Und zwar haben wir hier einfach ein Lamborghini Urus Venatus Mensary, Leute. Also, es ist irgendwie so ein Lamborghini Urus Umbau. Ihr seht, der ist unnormal monströs, der Wagen, Leute. Auch hier perfekt wieder in unserem Blau. Also, ich glaube, der Wagen sollte an sich ausreichen, um vielleicht zu 100 Sternen zu entkommen. Aber ihr seht, ich habe halt immer noch keine Waffen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal ganz kurz ein paar Waffen holen gehen. Also, ihr seht, das ist so mein kleiner Bunker, wo ich so manchmal ein bisschen am Chillen bin. Aber, Leute, was die meisten nicht wissen, mein Bunker hat hier einen Geheimraum, Leute. Und zwar kann ich hier einfach durchgehen. Und dann haben wir hier einfach mal einen Geheimraum, Leute. Wo ich ja so ein kleines Waffenarsenal habe, sage ich mal. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt hier erstmal ganz kurz ein bisschen ausrüsten. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall hier alle Waffen einmal mit. So, die Sniper tüten wir ein auf jeden Fall. So, dann einmal noch ein paar Maschinengewehre. Zack. Und ich glaube, ein paar Westen könnten wir an sich auch gebrauchen, wenn gleich richtig viel Polizei kommt. So. So, ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ihr seht, Leute, jetzt habe ich auf jeden Fall auch schon mal die ein oder anderen Waffen hier. Also, ich glaube, jetzt kann die Party auf jeden Fall beginnen. Äh, jetzt würde ich sagen, machen wir uns auch direkt auf den Weg. Wir müssten an sich jetzt nur noch eine Maske und vielleicht irgendwie einen Rucksack oder irgendwas besorgen, wo wir die ganzen Sachen dann reinmachen. Ansonsten, Digga, kurzer Soundcheck, Leute. Oha! Digga, der Wagen ist ja unheimlich heftig. Okay, ich habe mich verliebt, Leute. Ich habe mich absolut verliebt in das Auto. Aber ich glaube, jetzt haben wir so einen guten Allrounder, Leute. Also, wir sind jetzt schnell, sind geländefähig und wir sind halt auch gut gepanzert. Also, ihr seht, wir kommen hier auch ohne Probleme die Berge hoch hier auf ganz entspannt, Arinho. Also, okay, Leute, wir müssen ganz kurz abhaken. Wir haben jetzt an sich den wichtigsten Part hinter uns. Wir haben jetzt ein gutes Auto hier auf jeden Fall. Und wir haben Waffen. Äh, also an sich das Wichtigste von allen. Äh, an sich können wir uns jetzt auch auf den Weg zu einem Laden machen. Und dann können wir an sich auch direkt mit dem Juwelierraub beginnen. Und ich bin echt gespannt, was passieren wird, wenn wir 100 Sterne haben, Leute. Also, Digga, ich hatte noch nie, äh, 100 Sterne in GTA, Leute. Also, es könnte wirklich unheimlich krank werden. Ansonsten, Digga, auch unser Urus Menseri ist hier komplett am durchdrehen, was die Geschwindigkeit angeht. Also, ich sage euch ehrlich, das Auto ist eine 10 von 10. Absoluter Traumwagen. Aber, okay, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn wir in der Stadt angekommen sind. Okay, Leute, ich bin jetzt in der Stadt. Äh, hier vorne ist auch jetzt gleich schon der Juwelier, Leute. Wir können den an sich schon mal ganz kurz spectaten, ne? Also, den werden wir jetzt hier gleich ausrauben, Digga. Das Ding ist, hier ist halt übel viel los, ne? Das könnte halt kritisch werden. Aber, okay. Hier vorne müsste jetzt auch gleich ein Ankleideladen sein, Leute. Damit wir uns an sich auch entspannt erstmal einkleiden können. Dann würde ich sagen, parken wir einmal das Auto ganz kurz. Auf, ganz entspannt. Und jetzt, oh Gott, erstmal ganz kurz Waffe wegpacken. Also, Leute, wir müssen uns jetzt hier einmal ganz kurz eine Maske und einen Rucksack holen gehen. Das heißt, ich hole mir erstmal ganz kurz jetzt hier einen Rucksack. So, zack, Leute. Okay, ihr seht, ich habe mir jetzt auf jeden Fall so eine Tasche geholt. Und ich habe auch eine Maske am Start. Ich würde sagen, die setzen wir draußen aber erstmal ganz kurz ab, dass hier nicht noch die Leute rumheulen, Junge. Das ist noch gleich viel zu auffällig, wenn wir hier mit Maske durch die Straßen rennen. Aber, okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Rucksack jetzt. Beziehungsweise unsere Tasche, wo wir gleich die ganze Sache reinmachen können. Und eine Maske haben wir, wie gesagt, auch am Start. Das heißt, Leute, an sich. Also, vom Prinzip her sind wir ready, um den Jubiläer auszurauben, Bro. Digga, Leute, ich bin gleich so gehypt. 100 Sterne, Bro. Digga, ich hatte noch nie so viele Sterne. Also, das könnte jetzt echt gleich geisteskrank hier abgehen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz spectaten. So, wir parken einmal ganz kurz hier, Leute. Wir rauben noch nicht direkt aus. Wir müssten jetzt erstmal ganz kurz hier ein bisschen uns umschauen. Es sind gerade Leute im Laden. Warte mal, hier vorne ist jemand. Okay, also eine Person ist schon mal im Laden. Und wir haben eine Verkäuferin. Wir müssten halt an sich die beiden erst ausschalten. Die sind halt für uns an sich halt nur Zeugen. Das heißt, eigentlich müssen wir die umlegen. Ich muss auch ein bisschen jetzt hier nicht so auffällig rumlaufen. Weil ich muss jetzt tun, dass wir nicht irgendwas kaufen wollen. So. Ja, die haben halt schon richtig krasse Sachen hier am Start, ne? Digga, Leute, soll ich das jetzt wirklich machen? Wenn ich den Laden jetzt ausraube, haben wir einfach 100 Sterne, Mann. Ansonsten, warum sitzt hier auch ein Hund gerade, Bro? Geht's dir gut? Bruder, suchst du irgendjemanden? Also, ich weiß nicht, was du da machst, Bro. Aber wo ist dein Herrchen? Wer lässt hier einfach sein Hund auf der Straße? Hallo? Oh, ist ja süß, Leute. Lasst jetzt auf jeden Fall alle ein leichter, wenn ihr den Hund auch süß findet. Aber okay, Leute. Ich glaube, wir müssen das jetzt durchziehen. Wir müssen das durchziehen. Okay, ich würde sagen, wir parken das Auto nur noch in Fahrtrichtung. Ein bisschen näher an die Tür ran, dass wir auch direkt abhauen können, Leute. Okay, wir parken das am besten jetzt hier direkt davor so. Dann können wir theoretisch mit dem Auto auch direkt abhauen, wenn Polizei kommt. Okay. Okay, okay, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay. So. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich gehe jetzt hier ganz kurz in den Arbeitsbereich. Wir rauben jetzt einfach den Juwelier aus, Leute. Ich würde sagen, wir bereiten uns vor. Das bedeutet als allererstes einmal die Tasche rausführen, Leute. Dass wir hier unsere Sachen reinmachen können. Wir müssen die Tasche auch einmal ganz kurz aufmachen. So. Dass wir auch die Sachen dann reinmachen können, genau. So. Dann würde ich sagen, ziehen wir einmal unsere Maske auf. Okay. Okay. Okay, Leute. Dann würde ich sagen. Holen wir jetzt unsere Waffe raus. Digga. Es geht los, Leute. Unser erster Raub. 100 Sterne. Okay, Leute. Ich werde jetzt von drei runterzählen. Und dann werden wir da rausstürmen. Und diesen scheiß Juwelier ausrauben. Drei. Zwei. Eins. Es geht los. Überfall. Bleiben Sie stehen. Ey, die wir abhauen. Zeugen. Wir müssen sie abknallern, Leute. Sie ist Zeuge. Sie ist Zeuge. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Okay, wir haben den ersten abgeknallt. Okay, wir starten den Raub. Let's go. Oh mein Gott. Wir haben ihn gestartet. Der Raub läuft. Juwelier wurde ausgeraubt. Ne, wir haben auch direkt fünf Sterne, Bro. Wir müssen uns beeilen. Leute, es geht los. Wir rauben den Juwelier aus. Es geht los. Bruder, beeil dich. Die Polizei unten links. Ihr seht es schon, Leute. Okay, wir haben jetzt fünf Sterne, Leute. Ihr seht es. Okay. Zehn Sterne. Wir haben zehn Sterne schon. Zehn Stück. Fünfzehn. Fünfzehn. Leute, ich glaube, pro Juwelier, was wir hier aufbrechen, kriegen wir fünf Sterne dazu. Digga. Zwanzig. Wir haben schon zwanzig Sterne. Guckt auf der Karte, was abgeht. Oh. Oh mein Gott. Polizei ist da. Nein, 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 Bro. Bitte nicht. Digga, wir müssen in Deckung gehen, Bro. Wo ist der? Der komplette Laden ist voll. Ja. Bruder, was geht hier ab? Hier ist alles voll mit Polizisten. Okay, den haben wir. Leute, der ist es viel zu übertrieben. Zwanzig Sterne. Der komplette Laden wird gerade gestürmt. Gibt es? Den haben wir. Den haben wir auch. Oh mein Gott. Junge, was geht hier ab, Leute? Bruder, wir haben zwanzig Sterne. Den haben wir auch. Komm, der letzte, der letzte erst mal. Okay, wir müssen weitermachen, Leute. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Fünfundzwanzig Sterne. Fünfundzwanzig Sterne. Digga, und die Polizisten werden immer mehr. Oh mein Gott, Leute. Was geht hier ab? Dreißig. Dreißig Sterne haben wir mittlerweile schon. Digga, Leute, wir schaffen das nicht. Das sind viel zu viele. Okay. Luft ist kurz rein. Ich glaube, Leute, wir werden ganz kurz den Eingang einfach mit Trängas voll machen. Dann kommt hier niemand rein. Also, wir werfen jetzt einfach überall Trängas hin. Jetzt haben wir erst mal ganz kurz Ruhe. Wir müssen weitermachen, Leute. Wir müssen weitermachen. 35 Sterne haben wir schon. Okay, komm. Nächster Behälter. Warte mal, wie viele Sterne haben wir jetzt? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Haben wir schon 50 Stück jetzt, glaube ich. Bruder, beeil dich. Leute, wir haben gleich 100 Sterne, Mann. Oh mein Gott. Okay, unser Trängas hält nicht mehr lange, Leute. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Ihr seht, Bro, Behälter. Bruder, wir kriegen immer 5 Sterne mehr, glaube ich, ne? Pro Stück kriegen wir 5 Sterne. Digga, was geht hier ab, Mann, Bro? Zieh durch, beeil dich. Bitte, Bro, bitte. Mach schneller. Polizei kommt. Digga, Leute. Wir müssen das anders machen. Bruder, ich muss mich erst mal hinlegen, Bruder. Junge Leute, was mache ich jetzt? Die stürmen den Laden. Oh. Digga, war das close. Da hinten ist noch einer, glaube ich. Den haben wir auch, okay. Wir haben jetzt schon 95 Sterne. Wie sieht das aus, Bro? Okay, Leute. Oh, warte, hier ist noch einer. Weg mit dir. Und? Wir haben 100 Sterne. Wir haben sie. Oh mein Gott. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Wir müssen jetzt freiräumen irgendwie. Wir müssen jetzt zum Auto irgendwie. Digga, wir haben 100 Sterne. Guckt mal unten links auf die Karte. Es ist alles voll. Das sind locker 200 Polizisten, Bro. Wie soll ich hier rauskommen, Bro? Was geht hier ab? Digga, eine falsche Bewegung und ich bin tot, Leute. Wir müssen noch mal Gas werfen. Junge, macht einen Abgang jetzt. Digga. Okay. Bruder, wie viele kommen da noch? Okay, Leute. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Jetzt. Wie viele, Bro? Wie viele? Oh mein Gott. Zieh durch, Bro. Oh mein Gott. Zieh. Was zur Hölle ging da ab, Bro? Leute, habt ihr das gesehen? 100 Sterne. Der komplette Laden war voll. Digga, guckt auf die Karte. Wie viele Polizisten das waren, Leute. Okay. Wir müssen jetzt richtig schnell durchziehen, Digga. Das Ding ist, Leute. Wir müssen die Juven jetzt auch irgendwo sicher machen. Digga. Oh mein Gott. Die sind überall, Bro. 100 Sterne ist zu viel. Leute, wir müssen die Diamanten hier jetzt auch irgendwo sicher machen. Ich glaube, das Beste ist, wir fahren zum Strand, holen uns irgendwie ein Boot oder so und dann ziehen wir einfach straight komplett durch. Digga, Bruder. Die Polizei ist überall. Helikopter. Alles hinter uns. Hier ist auch Polizei. Ey. Macht einen Abgang. Haben wir. Okay. Sehr gut. Weiter geht's. Digga, Leute. Das sind zu viele, Bro. 100 Sterne sind zu viel. So, Bro. Komm. Einmal Abfahrt. Einmal drüber. Zack. Oben ist Heli. Oben ist Helikopter. Nein, Digga. Oh mein Gott. Wo kommt der Heli jetzt her? Junge, mach einen Abgang. Ja. Junge. Oh mein Gott. Er schützt ab. Oh mein Gott. Bruder, jetzt zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Leute, Digga, wir haben es gleich geschafft. Komm schon. 100 Sterne. Digga, komm. Wir sind so weit gekommen. Wir dürfen jetzt nicht verkacken. Dieser Heli spottet uns halt die ganze Zeit, Leute. Digga, hier muss irgendwo jetzt ein Boot sein. Bitte, Bro. Digga, wir müssen den Heli nochmal loswerden, Bro. Der Heli fuckt so ab, Digga. Leute, wir müssen ganz kurz Taktik machen. Wir gehen ganz kurz aufs Dach hoch und lasern von oben einfach alle weg. Ich glaube, das ist die Meta. Digga, jetzt werden hier härtere Geschütze... Was? Digga, was geht hier ab? Bruder, wie viele sind das? Okay, ich glaube, wir machen doch lieber einen Rückzug, Digga. Das sind ein paar zu... Viele, warte mal. Digga, selbst hinter mir sind die überall, Bro. Digga, guck mal unten links auf die Karte. Die kommen schon überall hoch. Ey. Bitte, Jungs. Junge, ich will nicht sterben. Digga, das ist zu Matsch. Digga, bitte sag, hier ist... Da unten ist ein Boot. Da ist ein Boot unserer Rettung, Leute. Ein Boot. Digga, wir müssen... Können wir hier irgendwo runter? Wir müssen zu diesem Boot. Das Boot treibt ab. Es treibt ab. Es treibt ab, Bro. Jetzt. Wir müssen zum Boot, Leute, bevor es weg ist. Bitte, Bro. Ja. Zieh durch. Renn um dein Leben. Junge. Mach den Abgang. Oh. Weg hier. Weg hier. Bitte, Bro. Wir brauchen das Boot. Bitte, bleib stehen, Boot. Ohne das Boot sind wir am Arsch. Digga, hier ist immer noch alles voll. Helikopter. Auf zu nerven. Nimm das, Junge. Bam. Digga, ich brauche dieses Boot, sonst bin ich am Arsch, Digga. Das Boot treibt ab. Bitte, Bro. Leute, meint ihr, wir kriegen das Boot noch. Wir müssen das Boot bekommen. Bro, schwimm. Schwimm ein bisschen schneller. Wir haben es eilig. Junge, ich habe locker für 5 Millionen Diamanten geklaut. Wir haben immer noch 100 Sterne. Wir müssen jetzt dann kommen mit dem Boot. Bitte, Bro. Bitte, 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 bitte. Schwimm schneller. Ja. Ja. Wir sind drauf. So, jetzt beseitigen wir nochmal alle Helikopter. Abmarsch. Du da oben kannst auch weg. Abgang. Helikopter stürzen ab, Leute. Ihr seht unten links auf der Karte, es ist alles voll, Leute. Aber jetzt heißt es Abfahrt. Nein. Ist das Polizeiboote? Als wenn es Polizeiboote gibt. Gar nichts. Ich ziehe durch mit meiner Yacht. Ich habe auch irgendeine Yacht geklaut, Digga. Aber es geht hier ab. Ich wusste nicht, dass bei 100 Sternen auch Polizeiboote kommen. Aber wir haben jetzt so ein scheiß Heli hinter uns, Leute. Digga, ich hoffe, mit dem Boot können wir durchziehen, Digga. Ich hoffe, das Boot ist schneller als der Helikopter. Bitte, Bro. Du musst jetzt richtig durchziehen. Digga, bitte. Bitte, bitte, wir müssen jetzt gleich da sein. Helikopter ist hinter uns. Es sieht gut aus. Vor uns ist die Insel. Junge, macht euch mal ab. Was ist denn hier los? Ja! Ja! Weg mit euch, Digga. Nein, selbst auf der Insel sind die Polizisten überall. Bruder, das gibt es nicht. 100 Sterne sind zu krass. Wir brauchen ein Auto. Ist hier irgendwo ein Auto? Digga, was zur Hölle? Hier ist ein Auto. Ein Auto. Hier steht ein Auto. Ja, ja. Jetzt. Oh mein Gott, zieh durch, Bro. 100 Sterne Escape. Ihr könnt mich alle mal. Tschüss. Was ist das eigentlich für ein Auto, Digga? Ist das ein 6x6? Digga, was ist das denn für ein Schiff, Alter? 100 Sterne sind zu krass, Digga. Digga, wartet mal oben, Leute. Wir haben 10 Sterne weniger, glaube ich gerade. Kann das sein? Ich glaube, die Sterne werden langsam weniger, Leute. Es sieht gut aus. Wir müssen jetzt nur unbedeckt bleiben. Wir haben nur noch 80. 70. Sehr gut. Weitermachen. 60. 50. 50. Leute, wie schnell geht das gerade? 30. 20. 5. Wir haben nur noch 5 Sterne, aber wir haben uns gesehen. Egal. 5 Sterne sind besser. 5 Sterne ist okay. Ist egal. Ich glaube, wir ziehen doch nochmal durch, Leute. Wir ziehen nochmal. Aber warte mal. Wir haben nur noch 3 Sterne. Ich glaube, die Insel ist echt nicht kacke. Wir haben nur noch 3 Sterne. Wir sind von 100 Sterne zu 3. Egal. Leute, jetzt. Wir müssen auf Nimmerwiedersehen. Leute, wir tauchen einfach. Wir machen einfach einen Tauchabgang. Wir verstecken uns jetzt. Bitte Luft. Bitte. Wir brauchen ein bisschen Sauerstoff, Digga. Wir müssen die Polizei doch endlich abhängen, Alter. Okay, wir haben nur noch 2 Sterne. Meine Luft ist gleich alle, Digga. Meine Luft ist gleich alle. Die letzten 2 Sterne aber. Wir haben nur noch 1 Stern, Bro. 1 Stern. Der letzte Stern. Aber Luft geht aus. Luft geht aus. Hör auf. Hör auf. Luft ist alle. Warte mal. Die Sterne sind weg. Und ihr könnt es schon sehen. Ich befinde mich hier schon direkt in meinem Auto. Denn wir machen uns jetzt hier direkt auf den Weg zum allerersten Polizeirevier. Denn ich habe es ja schon erwähnt. Wir werden heute einfach mal jedes Polizeiauto hier in GTA 5 klauen. Zumindest jedes Spezialpolizeiauto. Denn ich kann euch das mal ganz kurz hier auf der Karte zeigen. Wir haben hier nämlich insgesamt 6 verschiedene Polizeireviere in Los Santos. Und jedes einzelne hat quasi so ein Spezialauto. Das kann dann quasi ein Porsche sein. Das kann ein Ferrari sein, Leute. Das kann ein Lambo sein. Oder das kann auch einfach mal ein Bugatti sein, Leute. Also jedes Revier hat wirklich ein spezielles Auto. Und wir werden heute jedes davon klauen. Und ich habe mir jetzt hier direkt die allererste Polizeistation rausgesucht. Und zwar ist das die hier neben dem Würfelpark. Wir fahren erst mal ganz normal dran vorbei. Und gucken, ob da überhaupt jemand da ist. Okay, da ist gerade ein rotes Auto vom Abschlepphof gefahren. Das ist wahrscheinlich konfisziert worden. Das bedeutet, die müssen eigentlich aufhaben. Und ich sehe auch schon ein paar normale Autos da stehen. Okay, wir schleichen uns einfach mal an und beobachten das erst mal. Okay, da stehen auch schon die ersten Polizisten. Der eine trinkt da gerade seinen Kaffee. Der andere chittert am Handy. Und ich glaube, da hinten könnte sogar direkt das Spezialauto sein, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich erkenne es nicht so ganz. Aber das könnte ein Lamborghini sein. Einfach ein Polizeilamborghini. Okay, dann machen wir mal folgendes, Leute. Wir parken einfach mal hier ganz normal auf dem Besucherparkplatz. Ich meine, hier darf man ja parken als normaler. Und jetzt, ähm, ähm, ja. Bitte fragt euch nicht, warum ich den Fahrradhelm aufhabe. Ich fand ihn cool. Wir müssen ja heute auch geschützt sein, Leute. Okay, ich glaube, von der Polizeikugel wird er uns auch nicht abhalten. Aber ich glaube... Okay, nein, hier können wir nicht lang. Das ist alles voll mit Cops. Ey, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, um ehrlich zu sein. Das heißt, wir müssen erst mal wie ein Cop aussehen, damit wir da überhaupt zum Parkplatz hinkommen. Sonst schicken die uns direkt runter. Und geben uns im schlimmsten Fall noch einen Platzverweis. Das heißt, wir schauen einmal hier rein. Okay, hier können wir ja an sich ganz normal reinlaufen. Leute, ich bin extremst aufgeregt. Ihr glaubt mir das gar nicht. So, okay. Der ist gerade beschäftigt mit der Buchhaltung. Ansonsten ist hier niemand. Okay, er ist, glaube ich, auch halb am Einschlafen, Leute. Deswegen, ich schleiche mich jetzt einfach mal hier rein, Leute. Ey, ich hoffe, das hat niemand gesehen. Weil wir müssen halt irgendwie, irgendwie eine Polizeikleidung finden. Weil so können wir halt nicht ein Auto klauen. Wir müssen das halt wirklich ganz gekonnt machen. Deswegen, ich gucke mal, ob wir hier vielleicht... Autoricized personal only. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man hier auf jeden Fall nur als Personal hin darf. Vielleicht fehlten wir hier oben ja irgendwo Kleidung. Ne, warte mal. Roof, ey. Was ist das Dach, Leute? Hier steht ein riesengroßer Polizeihelikopter. Und da steht auch ein Cop, Leute. Ey, hier ist sonst niemand. Ey, wisst ihr was? Soll ich den einfach eins auf den Dötzaun, Leute? Und seine Kleidung klauen? An sich merkt das ja niemand hier oben, oder? Ey, ich sag euch ehrlich, das ist eigentlich perfekt. Komm, Leute. Wir schleichen uns mal ran. Komm, ganz langsam. Und ganz kurz ein Prozess. BAM! Okay, ich glaube, den haben wir schlafen gelegt, Leute. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns ganz kurz um. Komm, her mit der Kleidung, Junge. Okay, Freunde. Es hat funktioniert. Ich konnte seine Kleidung kopieren. Und jetzt sind wir einfach mal ein richtiger Cop. Fällt bestimmt gar nicht auf. Okay, ähm. Ja, wir sind nicht der schönste Cop, Leute. Aber Hauptsache, wir sind ein Cop. Ich sag euch ehrlich. Und ich glaube, ich gucke mal ganz kurz. Jetzt sollten wir eigentlich auch da unten hinkommen. Ihr seht es nämlich. Und wartet mal, Leute. Leute, ich glaube, das ist tatsächlich einfach. Ja, Leute, das ist er. Das ist das Spezialpolizei-Auto. Und zwar ist das ein Polizei-Lamborghini. Ich glaube, den werden wir jetzt einfach mal versuchen zu klauen. Das heißt, wir gehen eben wieder nach unten. Und dann tun wir einfach so, als hätten wir einen Einsatz. Wir müssen auf Streife fahren. Und dann beschwert sich bestimmt auch niemand, wenn wir uns da mal den Polizei-Lamborghini ausleihen. Das heißt, Leute, nichts wie ab zum Parkplatz. Ich will jetzt unbedingt... Oh mein Gott, Digga, hier sind richtig viele Cops, Alter. Junge, der guckt mich auch ein bisschen böse an. Ja, trink mal deinen Kaffee weiter, Kollege. Ich bin nur ein Cop. Und ich mache meine Arbeit genau wie ihr. Lass es dir schmecken, Sir, ja? Und guck mir nicht alle so böse an. Ich höre auch schon Sirenen, Leute. Boah, guck mal, da ist Verfolgungsjagd. Die sind auch direkt mit Waffen draußen, Leute. Das ist perfekt. Das fällt bestimmt gar nicht auf jetzt. Ich muss da nämlich jetzt hinterher. Und deswegen leihe ich mir einmal ganz kurz hier den Lamborghini aus. Das ist ja bestimmt kein Problem. Einmal die Sirene anmachen. Und dann würde ich sagen, nichts hier hinterher. Ich schnapp den Verbrecher. Oh mein Gott, Leute. Es hat funktioniert. Wir haben keine Sterne bekommen. Und wir haben den Polizei-Lamborghini geklaut. Damit haben wir einfach das allererste Auto hier geklaut. Und wir haben noch insgesamt fünf Stück vor uns. Es wird also auf jeden Fall komplett verrückt, Leute. Und ich überlege gerade, wo parken wir die Autos am besten? Ich mache mal die Sirene aus. Ich glaube, wir parken die irgendwo, wo man sie nicht so leicht finden kann. Vielleicht hier einfach in so ein Parkhaus, oder? Wenn wir hier ganz nach oben fahren, da findet das doch eigentlich bestimmt keiner hier, oder? Ich meine, das Parkhaus ist komplett leer. Das heißt, wir parken einfach hier oben unser erstes geklautes Polizei-Special-Auto. Ey, das wird so, so nice. Vor allem, Leute, diese Polizeiautos lassen sich für so viel Geld verkaufen. Das glaubt ihr mir gar nicht. So, das heißt hier, wir parken einmal unser erstes Auto hier. Zack, ey, guckt euch an, wie wunderschön das ist, Leute. Und das gehört jetzt auch einfach uns, Leute. Das ist so, so, so nice. Deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben dafür da. Ich würde jetzt aber sagen, Freunde, wir fahren direkt zum nächsten Polizeirevier. Und werden da auch direkt das nächste Auto klauen. Let's go. So, okay, Leute, ihr könnt es schon unten links auf der Minimap sehen. Da wird es angezeigt, das nächste Polizeirevier. Ey, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es kann halt sein, Leute, dass die mittlerweile schon eine Fahndung ausgeschrieben haben für den Lamborghini. Weil normalerweise müssten wir halt schon lange von dem Einsatz zurück sein. Ich habe es ja auch bei mir im Funk gehört, im Polizeifunk da im Auto, dass der Täter schon geschnappt wurde. Aber na gut, das Auto ist jetzt bei uns in der Parkgarage und bleibt da auf jeden Fall erstmal stehen. Deswegen, wir gucken erstmal hier. Okay, hier sind erstmal nur ein paar Gäste, die wahrscheinlich auf ihren Anwalt warten oder so. Aber ansonsten ist hier gerade auch nichts los. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir laufen direkt mal rüber. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo hier der Parkplatz ist, weil... Ne, hier steht gerade gar kein Auto. Bin ich richtig? Wartet mal. Äh, ja, Vespucci Police. Was müsste es eigentlich sein? Jo, hier sind auch ein paar Leute. Oh Mann, endlich, ein Polizist ist da. Oh Mann, wir haben so lange gewartet. Äh, ja, äh, genau, äh, jetzt bin ich da. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, wir haben auf einen Polizisten gewartet. Und jetzt bin ich da. Ey, ich habe gar keine Zeit für die jetzt. Ähm, ich hatte einen Termin für heute. Ich muss eine Anzeige stellen. Mein, mein Hund wurde einfach entführt. Oh Mann, das ist echt ja schade. Mein herzliches, äh, ich meine natürlich mein Beileid. Ähm, aber leider habe ich gerade keine Zeit, weil ich muss mich gerade schon um einen anderen Klienten kümmern. Äh, ich, ich, äh, ich schicke euch den nächsten freien Kollegen dann einmal, ja? Oh mein Gott, das war ein bisschen knapp, Leute. Wir hätten gleich noch irgendeinen komischen Typ an der Backe gehabt. Aber, äh, wo ist denn jetzt hier die Garage? Ist die hier unten oder was? Ich glaube, wir müssen hier runter, Leute. Äh, hier steht ein Auto, aber hier ist kein Spezialauto, Leute. Ey, sag nicht, dass diese Polizeistation kein Spezialauto hat. Das sind nur diese Standardfahrzeuge. Hä, da muss noch mehr sein. Warte mal, hier geht es noch nach unten, Leute. Okay, wir schleichen uns mal runter. Ich hoffe, hier ist niemand. Ja, da stehen auch noch Autos, Leute. Die ist richtig riesig, die Polizeistation. Okay, wir könnten Glück haben, dass hier noch ein weiteres Spezialauto ist. Und tatsächlich. Okay, da ist aber auch ein Officer. Das ist nicht gut, Leute. Aber, das ist das nächste Auto. Was ist das? Lol. Das ist auch irgendein krasses Polizeiauto. Das ist es, Leute. Äh, aber wir können nicht schon wieder einsteigen. Was machen wir jetzt? Äh, Moment mal. Ich kenne dich doch. Hm, komm her, Kollege. Äh, wie? Sie kennen mich? Äh, oh nein, Leute. Hm. Ja, ähm, ich kenne dich auch. Wir haben uns gestern in der Mittagspause getroffen. Ich habe dir mein Sandwich gegeben. Erinnerst du dich? Ah, ja, stimmt. Da war was. Ja, tatsächlich jemand ein Sandwich gegeben. Äh, ja, genau. Äh, ich war das. Ich habe dir mein Sandwich gegeben. War lecker, oder? Nein, Mann. Das war es absolut nicht. Du hättest mich auch für blöd, oder? Äh, Leute. Äh, 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 wie? Was meinen Sie? Ja, Mann, Kleiner. Du bist vorläufig festgenommen. Ich weiß ganz genau. Du hast das Auto geklaut. Äh, äh, wie? Warte mal. Äh, ich habe kein Auto geklaut. Hier spricht Agent McWatson. Bitte komm, bitte komm. Flüchtiger gesichtet in der Polizeistation. Bitte kommen. Oh nein, Leute. Er ruft Verstärkung. Ey, nein, das können wir nicht zulassen. Der Idiot, Mann. Der verpetzt uns noch. Ey, nein, nein. Komm schon, komm schon, Leute. Ey, ich kann das nicht zulassen. Wir müssen den aufhalten. Tut mir leid, Kollege. Aber ich brauche das nächste Auto. Ah! Ah! Er ist tot. Wir haben ihn, Leute. Er ist tot. Er ist tot, okay. Okay, nichts behindert jetzt. Digga, oh mein Gott. Komm schon, nichts. Wir rein ins... Oh nein. Freunde, ihr könnt es sehen. Wir haben fünf Sterne bekommen. Niemals einen Kopf abknallen. Ach, du heilige Leute. Das sollten wir schnell ändern. Schnell rein ins Auto. Was ist das überhaupt? Digga, Leute. Das ist ein... Furt GT! Ah, ah! Äh, tut mir leid, Sir. Aber das ist jetzt mein Furt GT. Sirene an. Ich bin nur ein Kopf, der ein Auto geklaut hat. Oh mein Gott, Leute. Wir haben ein Polizeifurt GT. Ihr habt gar keine Ahnung, wie teuer das Auto ist. Oder, ey, ihr seht schon. Ey, wir hätten nicht schießen dürfen. Das eskaliert ja komplett. Oh mein Gott, Leute. Das kann nicht sein. Wir haben das nächste Auto. Einfach ein Furt GT. Aber die Polizei ist hinter uns her. Okay, wir müssen die Cops jetzt irgendwie abhängen. Wie machen wir das am besten? Wartet, ich habe eine perfekte Idee, wie man Cops in GTA 5 abhängen kann, Leute. Gleich ein kleiner Trick für euch hier am Rande. Und zwar braucht ihr dafür erstes ein schnelles Auto. Das haben wir auf jeden Fall. So, dann müsst ihr auf die Autobahn. Und dann, Leute, passt auf. Einfach den Sneaky Hasen machen. Und zwar hier in die Kanalisation reinfahren. Ich sage euch ehrlich, hier fährt die Polizei so gut wie nie rein. Also, ich sage euch ehrlich, hier müssten wir eigentlich safe sein mit dem nächsten Auto. Ihr seht es hier. Einfach rein in die Kanalisation. Und dann sollten wir eigentlich locker entkommen. Also, ihr seht es hier unten auf der Karte. Die Polizei kommt gefühlt gar nicht mehr hinterher. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Sterne weg sind. Und dann können wir mit dem Auto auch direkt in die Garage fahren. Und es neben unserem Lamborghini parken, Leute. Let's go. So, okay, Leute. Wir haben die Cops abgehangen. Wir sind jetzt wieder hier bei der Garage angekommen. Und, Digger, bitte gönnt euch jetzt nochmal ganz kurz dieses Auto. Es sieht einfach wirklich nur wunderschön aus. Das Auto mit der Polizeiausstattung kostet auch locker zwischen 4 und 5 Millionen. Also, wirklich geisteskrank. Und ihr müsst überlegen, wir haben immer noch 4 Autos vor uns, die wir klauen werden. Also, ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ich meine, das ist gerade mal der Anfang. Und wir haben noch viel krassere Autos. Deswegen würde ich sagen, hier, wir parken direkt einmal hier den Ford GT neben unserem Lamborghini Aventador. Und dann haben wir eigentlich schon eine richtig nice Kombi hier, würde ich sagen. Also, ihr seht, wir haben da unseren Ford GT, hier unseren Lambo. Jetzt können wir uns eigentlich direkt auf den Weg zum nächsten Polizeirevier machen. Aber ich glaube, davor müssen wir uns erst mal wieder ganz kurz umziehen gehen. Weil ich meine, Leute, mit der Kleidung werden wir ja mittlerweile gefahndet, weil wir einfach schon zwei Autos geklaut haben. Das heißt, ich würde sagen, wir ziehen uns einmal ganz kurz wieder um. So, Leute, das ist wieder meine wunderschöne Kleidung mit dem Fahrradhelm. Und ich würde sagen, wir schnappen uns direkt mal ein Verkehrsmittel. Runter da, Kollege, das ist jetzt meine. Boom. Okay, Leute, wir haben schon mal ein Motorrad. Sehr gut. Ich meine, Helm haben wir ja schon auf. Das heißt, wir können ja eigentlich direkt zum nächsten Revier fahren. Und das müsste, soweit ich weiß, eigentlich eher im Norden sein. Und zwar seht ihr es hier schon rechts auf der Karte. Da wird es nämlich direkt angezeigt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was da jetzt für ein Auto stehen wird. Okay, da ist die nächste Polizeistation. Und das sind normale Undercover-Cop-Autos. Und warte mal, was ist das denn für ein Auto? Nein! Leute, was bin ich sehend? Seht ihr das auch? Das ist nicht wirklich ein Königseck, oder? Das ist einfach ein Königseck-Polizeiauto, Leute. Holy moly, was? Okay, das ist zu krass. Aber da ist auch ein Officer direkt wieder. Der ist, glaube ich, gerade am Telefonieren. Ey, nein, wie machen wir das jetzt, Leute? Kacke. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Können wir nicht da hoch irgendwie? Wartet mal, das ist doch eine Leiter, Leute. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir an das Auto rankommen. Wir müssen halt den Polizisten da jetzt irgendwie ausschalten, ne? Ehe wir das Auto klauen können. Und wir können ihn nicht einfach K.O. schlagen hier. Weil er steht da halt wirklich mitten an der Straße. Das wird halt wirklich jeder mitbekommen, wenn wir ihn einfach abknallen. Deswegen machen wir das anders. Und zwar, wir klettern jetzt hier einfach mal auf das Haus drauf. Zack, zack, zack. Und zwar, schaut mal. Wir haben hier perfekte Pussy zum Polizisten da unten, ne? Das heißt, das ist der perfekte Zeitpunkt, um hier einfach mal die Sniper rauszuholen. Und dann spektaten wir das Ganze mal hier. Also, ihr seht, da unten ist der Officer. Ich weiß nicht, mit wem er da am Telefonieren ist. Wahrscheinlich durch Sporky Talky. Und ihn knallen wir ab. Ist sonst noch irgendjemand da, der uns gefährlich werden könnte? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, halt maximal im Revier sind noch ein paar Leute. Aber ehe die draußen sind, haben wir schon lange den Königseck unten geklaut. Deswegen, ich würde sagen, Leute, wir warten gar nicht lange. Sondern wir machen hier einen kurzen Prozess. Herr Officer, es tut mir leid. Aber wir drücken ab. Bumm! Wir haben ihn. Oh, jetzt nichts mehr ab nach unten. Komm schon, komm schon, komm schon. Runter, 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 runter. Alle rennen weg. Wir haben drei Sterne direkt. Oh, drei Sterne. Komm schon, runter. Aua! Oh mein Gott, das hat weh getan. Okay, wartet, Leute. Komm, wir werfen ein bisschen C4 hier hin. Bumm! Und auf die Seite auch. Das heißt, die Cops kommen. Wir werden das einfach in die Luft jagen können. Okay, komm schon, komm schon. Rein ins Auto. Rein, 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 rein. Wir haben ihn. Das ist der Königseck, Leute. Oh mein Gott, wir haben den Königseck. Oh, die Cops kommen. Wartet. Ja, kommt doch, kommt doch, kommt doch. Bumm! Leute, jetzt nichts wie raus hier. Wir haben das nächste Polizeiauto. Und es ist geisteskrank schnell. Oh mein Gott. Wow! 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 Oh mein Gott. Holy Crap. Was war das denn? Ey, Leute, das war ein Mega-Chump. Ich glaube, wir sind so gut wie entkommen. Die Polizisten sind halt gar nicht hinterhergekommen. Wir sind über drei Häuser oder so drüber gechumpft. Warte mal, mach mal die Sirene aus. Die ist ein bisschen laut. Ey, was war das denn gerade? Warte mal. Das war ja richtig knapp. Wir haben die Cops abgehangen. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. Okay, Ladies and Gentlemen, wir sind da. Da ist die Parkgarage. Ich würde sagen, wir fahren einmal direkt rein hier und stellen das Auto neben die anderen beiden. Ich bin so extrem gehypt, Leute. Digger, wir werden so reich nach diesem Video. Das ist wirklich unglaublich. Ihr könnt ja auch mal am Ende des Videos reinschreiben, Leute, was euer persönliches Lieblingspolizeiauto ist. Ich meine, bisher haben wir ja hier den Lamborghini, dann den Ford GT und jetzt hier noch den Königseck. Ich bin extremst gespannt, welches Auto wir als nächstes klauen werden. Weil, Leute, wir geben natürlich nicht auf. Wir wollen natürlich hier alle Autos klauen. Deswegen würde ich sagen, ich besorge mir ganz kurz ein Auto und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei der nächsten Polizeistation angekommen sind. Let's go! So, okay, Ladies and Gentlemen, wir sind beim nächsten Polizeirevier angekommen und... Oh nein. Digger, die stehen direkt beim Parkplatz, Digger. Und da oben sind auch noch welche. Und da vorne auch, Digger. Was ist denn hier los, Junge? Schmeißt du eine LAN-Party oder was? Okay, Leute, das wird ein bisschen schwer, das Auto jetzt zu klauen. Vor allem, was stehen da für Autos? Lass mich mal ganz kurz abchecken. Das sind nur so Bummi... Ah, nee, warte mal, was ist das denn? LOL! Ist das richtig? Guckt mal da, Leute, genau wo die stehen. Das ist einfach ein Mercedes-AMG GT-R Black Edition Polizei Edition. Das Auto ist geisteskrank, wir müssen das haben. Aber wir kommen da nicht so einfach ran, weil die Polizisten stehen direkt davor. Nein! Ey, ich hab mich so gefreut. Ey, ich geb nicht auf, Leute. Wir klauen diesen AMG. Wir klauen den irgendwie. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, ich hab die Cops abgehangen und ich habe mir, wie soll ich sagen, ein kleines Spielzeug besorgt, sagen wir mal so. Weil ich meine, wenn das Auto so gut bewacht ist und wir da nicht einfach hinlaufen können, weil wir sonst abgeknallt werden, dann müssen wir das Auto halt anders klauen. Und zwar mit diesem kleinen Haken hier, Leute. Denn damit fliegen wir einfach direkt über das Auto und dann werden wir das unten anketten und einfach mitnehmen. Und was wird die Polizei machen? Dieser Helikopter hier ist gepanzert, da kommt nichts durch. Hier, was wollt ihr machen? Hä? Ja, juckt euch gar nicht, dass hier ein Helikopter ist, ne? Nö, ich mach nur ein bisschen Mittagspause hier, ne? Ja, gar kein Stress, Jungs. Sagt auf Wiedersehen zu eurem AMG. Der ist jetzt meine. Ha, ich hab ihn, Leute. Ihr kommt ein bisschen zu spät, Jungs. Das Auto ist schon weg. Leute, oh nein. Wir dürfen nicht irgendwo gegencrashen und das Auto fallen lassen. Das wäre nicht so gut. Oh mein Gott, flieg hoch, höher. Flieg hoch, flieg hoch, flieg hoch. Das ist extrem schwer, das Auto. Digga. Aber ihr seht, Freunde, wir haben das nächste Polizeiauto geklaut. So, ihr seht, Leute. Kops haben wir abgehangen, natürlich. So, und jetzt müssen wir das Teilchen nur langsam und sicher absetzen, ne? Ohne, dass es dabei auf den Kopf landet. Komm schon, komm schon, bitte nicht so wackeln. Lauf zu wackeln. Flieg runter. Bam. Ha, wir haben's, Leute. Sehr gut. Glikopter landen wir hier einfach fast. Den haben wir, by the way, auf entspannt nebenbei mitgeklaut. Der gehört jetzt hiermit zur Sammlung. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier einmal ganz kurz den AMG und steigen mal ganz kurz ein. Ich muss den wenigstens mal ganz kurz gefahren haben, Leute. Digga, das Auto ist ja mal so geil, Leute. Hier auch mit der Sirene. Und guck mal, er hat so eine Power. Wenn ich Gas gebe, der zieht richtig nach oben. Schaut mal, wie er nach hinten zieht, Digga. Hier ist so viel Power unter der Haube hier. Boom. Oh mein Gott, der zieht richtig nach vorne, Digga. Und es gehört jetzt einfach mir. Das heißt, wir können das Auto hier auch einmal direkt neben den anderen parken. So, komm. Stell dich einmal hier neben den Königseck. Zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, haben wir das vierte Polizeiauto geklaut. Von insgesamt sechs Stück. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier direkt auf den Weg zum nächsten Auto. Let's go! So, Leute. Ich habe mich gut drauf vorbereitet, um das nächste Auto zu klauen. Ihr seht, wir sind nämlich jetzt einfach mal so ein Bauarbeiter mit einem Abschlepper. Weil ich habe den Auftrag bekommen, heute hier das ein oder andere Auto abzuschleppen. Und es wäre ja echt schade, wenn ich dabei aus Versehen ein Polizeiauto abschleppe. Und ihr könnt es nämlich auch schon unten links auf der Karte sehen. Da ist nämlich direkt hier das nächste Polizeirevier. Und ich bin extremst aufgeregt, weil ich weiß nicht, welches Auto da auf uns warten wird. Wir werden es aber gleich rausfinden. Deswegen würde ich sagen, wir parken hier jetzt erst mal das Auto. Zack, zack, zack. Ich bin nur hier der Abschleppdienst. Ja, Auto parken wir mal. So, ihr seht es auch schon. Und ich habe auch hier ordnungsgemäß eine Weste an, Leute. Ich bin nämlich ein ganz normaler Bauarbeiter. Und ich... Nein. Niemals, Leute. Seht ihr das? Nein. Das ist der... Der Polizeibugatti. Das Auto ist das krasseste Auto, was ich jemals gesehen habe, Leute. Guckt euch diese Schönheit an. Der Bugatti Veyron, Leute, in der Polizeie-Edition. Das Auto ist so wunderschön. Das Auto wird sowas von geklaut. Aber das wäre zu einfach. Es muss einen Haken geben, Leute. Hier ist... Ja, da ist eine Kamera. Und die zeigt halt einfach mal direkt auf das Auto. Ey, das ist nicht so gut. Wir können das nicht einfach abschleppen. Die Kamera nimmt uns halt auf, Leute. Und wir haben keine Maske. Wir sind jetzt schon hierher gelaufen. Die Kamera hat uns schon gefilmt. Das war es also schon mal. Wir müssen einen anderen Weg finden, um das Auto zu klauen. Okay. Lasst uns mal ganz kurz hier reinschauen. Wir geben nicht auf, Leute. Hier warten wir mal ein paar Leute, ja. Aber sonst ist hier gerade kein anderer Officer. Okay. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ich sage euch ehrlich, Leute. Ich mache da ganz kurz einen Prozess. Und zwar, passt mal auf. Verstecken wir uns ganz kurz hier, wenn keiner guckt. Und dann nehmen wir uns hier einfach den Elektroschocker, Leute. Und geben der Kamera einen Stromschlag. BAM! Okay, warte mal. Leute, so wie es sich anhört, hat es funktioniert. Ich glaube, die Kamera hat einen Schock bekommen. Die müsste, glaube ich, deaktiviert sein. Okay, Leute. Ich glaube, jetzt sollten wir eigentlich gut to go sein. Wir steigen ein in unseren Pickup-Truck. Und jetzt werden wir einfach den Polizei-Bugatti klauen. Ich bin extremst aufgeregt. Das merkt doch bestimmt hier keiner. La la la. So, einmal das Ding nach unten fahren. Bam, bam, bam. Zack. Jetzt einmal ganz langsam nach hinten. Komm schon. Und zack. Jetzt nach oben. Und ich glaube, jetzt haben wir es, Leute. Wir haben es. Wir haben es. Was ist das für ein Alarm? Fünf Sterne. Oh mein Gott, ich hätte es wissen müssen. Das ist ein Bugatti, Leute. Der ist sicher bewacht. Ja nein. Fünf Sterne. Oh nein. Und wir haben nur einen langsamen Abschlepper. Äh, ich habe doch gar nichts gemacht, Leute. Ich, ähm, ich bin nur dabei, das teuerste Polizeiauto aller Zeiten zu klauen. Oh mein Gott. Rüber mit dir, Junge. Ah. Junge, lass dein Polizeiauto in Ruhe. Ah. Nein. Es ist ab. Junge, das wird die krasseste Verfolgungsjagd, die ihr jemals auf YouTube gesehen habt, Leute. Oh mein Gott. Rüber mit euch. Wir haben einen verkackten Polizeibugatti hinten dran. Digga, wartet mal. Bin ich dumm? Ist doch ganz einfach, Leute. Wartet mal. Wir fahren einfach mit dem Bugatti weg. Ich bin ja richtig dumm, Leute. Es ist sowieso zu spät, deswegen einmal rüber mit euch. Bum. Junge, das Teil ist ja mal so schnell. Holy shit, Leute. Wie schnell ist der Bugatti? Das ist geisteskrank. Wir haben das krasseste Polizeiauto aller Zeiten geklaut. Oh mein Gott. So. Einmal nach oben mit dir, mein Süßer. Okay. Ihr seht mittlerweile, es sind ein paar mehr Autos da. Egal. Jucken uns nicht, Leute. Sondern wir parken hier auf entspannt unser nächstes Polizeiauto. Digga, wie krank sieht das aus? Wir haben so viele Autos hier, Leute. Das ist ja nicht mehr normal. Holy moly. Schon fünf Polizeiautos haben wir hier geklaut, Leute. Es sieht surreal aus. So. Aber ich würde sagen, Leute. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem letzten Polizeiauto. Auch das werden wir natürlich klauen. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt wieder. Wenn wir angekommen sind. So. Okay, Leute. Ihr seht, ich habe mich hier das nächste Verkehrsmittel besorgt. Oh mein Gott. Das ist viel zu schnell. Ihr seht, wir machen jetzt hier ein bisschen Motorrad-Action. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in das letzte Polizeirevier so leicht reinkommen. Ich zeige euch das nämlich mal direkt. Das ist nämlich direkt um die Ecke hier da vorne. So. Und zwar ist das nämlich meistens abgesperrt. Ihr seht es ja unten rechts auf der Karte. Da ist es. Und ja. Er ist zum Zeug, Junge. Er ist alles abgesperrt, Mann. Ja. Und ihr seht, das sind auch Cops, die darauf aufpassen. Aber, Ladies and Gentlemen, ich habe mir ja nicht ohne Grund hier ein Motorrad besorgt. Weil ich habe gedacht, wir probieren mal was aus. So. Und zwar bin ich jetzt hier irgendwo am Arsch der Welt. Aber wir machen folgendes. Und zwar fahren wir jetzt hier einfach den Berg hoch, Leute. Machen ein bisschen Nitro und... Das sieht doch ganz viel versprichtend aus. Komm schon. Komm schon. In die Richtung. Oh mein Gott. Leute, da unten ist es. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Wir schaffen es. Wir schaffen es. Bruder, was haben wir gemacht? Wir sind drin. Mit dem Motorrad. Und da steht direkt das nächste Spezialauto. Das ist doch ein Klacks gewesen, Leute. Was haben wir denn da? Ein Porsche Turbo. Es ist es, glaube ich. Ich steige da jetzt mal ganz entspannt ein. Mach sogar die Sirene an. Weil wir haben jetzt einen Einsatz, Leute. So, Ladies and Gentlemen. Da sind wir. Cops haben wir abgehangen. Wir sind hier in der Garage. Mit unserem Porsche Turbo S. Wirklich wunderschönes Auto. So. Und ihr müsst euch jetzt bitte nochmal diesen Anblick hier geben. Digga. Alle sechs Polizeiautos haben wir hier geklaut. Und ja. Ihr fragt euch jetzt alle Lumex. Warum stehst du auf einem Erdhaufen? Ich meine, das hat nicht so viel mit 1000 Sternen zu tun. Aber ihr werdet gleich noch verstehen, warum ich mich heute in einer so komischen Umgebung befinde. Ich meine, ja. Sonst starten die Videos immer in einer richtig krassen Luxusvilla mit krassen Autos und so. Und heute einfach mal auf so einer Müllhalde. Aber, Leute. Was ist, wenn ich euch sage, dass sich in dieser Müllhalde einfach mal eine richtig krasse XXL Undercover Base befindet? Okay. Ich weiß, ihr glaubt mir jetzt nicht. Deswegen werde ich euch das beweisen. Und zwar müssen wir dafür einmal hier in diese Garage reingehen. Oh. Perfekt. Okay. Ja. Ich weiß, sieht nicht besonders spektakulär aus. Ihr denkt jetzt, ich hab euch veräppelt, hä? Aber nein, Freunde. Denn wir nähern uns einmal hier diesen Stromkasten. Und ich zeig euch mal was. Und zwar schaut ganz genau hin. Und... Oh mein Gott. Ja, dahinter befindet sich einfach mal so ein Geheimgang. So, okay. Wir haben eine geheime Base. Ist ja alles schön und gut, Leute. Aber jetzt fragt ihr euch immer noch. Lumex. Wie bekommen wir 1000 Sterne in GTA? Ich erkläre euch das Ganze jetzt mal. Davor müssen wir uns aber erstmal ausrüsten. Denn wir brauchen nämlich als allererstes erstmal eine komplett andere Identität. Das heißt, wir können nicht mit unserem normalen Outfit hier rumlaufen. Sondern wir müssen uns erstmal richtig schwarz kleiden. Damit wir das Ganze schon mal anonym machen können. Deswegen würde ich sagen, ziehe ich mich ganz kurz um. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Ich habe mich fertig umgezogen. Und ja, ihr könnt es schon sehen. Wir haben auch jetzt einfach mal eine Maske auf. Weil das, was wir heute tun werden, ähm, darf auf jeden Fall niemand mitbekommen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall unerkannt bleiben. Ich gehe jetzt auch direkt in den nächsten Raum einmal. Denn ich brauche noch ein paar Waffen. Weil ich habe irgendwie gar keine Waffen dabei. Deshalb gehe ich jetzt hier noch einmal ganz kurz in meine geheime Waffenkammer. Und hole mir ein paar Waffen aus dem Schrank. So. Zack. Ihr seht es unten links. Unser Loadout hat geladen. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch ein sehr gutes Equipment. Ja, jetzt fragt ihr euch immer noch. Okay, was hat das jetzt mit 1000 Sternen auf sich? Ja, Leute. Der Part kommt jetzt. Denn es steht heute einfach mal ein übertrieben großes Event an. Und zwar findet heute einfach mal ein Interview mit dem Präsidenten aus Los Santos statt. Der hält irgendwo oben so eine Rede, wo auch sehr, sehr viele Leute anwesend sind. Und, ähm, also mein Plan war, dass wir den Präsidenten, ähm, so, also, so, bam, machen. Also, äh, das ist mein Plan. Ey, ich weiß, hört sich schräg an. Wir wollen einfach den Präsidenten umbringen. Aber das ist tatsächlich der einzige Weg in GTA, um einfach mal 1000 Sterne zu bekommen. Ich denke, jetzt könnt ihr meinen Plan schon mal grob nachvollziehen. Und jetzt hab ich auch schon viel zu viel rumgelabert. Ich bin schon viel zu spät. Wir müssen nämlich jetzt direkt in die Undercover-Garage, wo ich auch ein paar Autos geparkt hab. Das seht ihr hier jetzt gleich. Ich würd sagen, ich geh da mal ganz schnell hin. Und zwar müssen wir dafür einmal hier durch. Und jetzt sind wir auch schon in der Garage angekommen. Ich mein, guckt euch mal diese Undercover-Base an. Und, ja, ihr seht, ich hab hier auch schon so ein paar Autos vorbereitet. Und ich weiß, auf den ersten Blick sieht das vielleicht wie ein normales Sportauto aus. Aber, Leute, diese drei Autos sind einfach alle mal zu 100% gepanzert. Also, kugelsicher. Da kommen keine Kugeln durch. Wir müssen uns dann nur einmal ganz kurz entscheiden. Also, wir haben hier einfach mal so einen übertrieben krassen Lamborghini. Ja, das sieht aus wie ein Flugzeug, Junge. Dann haben wir hier noch mal so einen richtig krassen Ferrari. Boah, der sieht auch krass aus. Ihr seht auch schon das Kennzeichen. Einfach mal Killer, Leute. Weil wir werden heute was richtig Schlimmes tun. Und dann haben wir hier direkt noch mal ein BMW M8. Ihr müsst auch wissen, alle Autos haben über 1000 PS. Aber ich glaub sogar, Leute, wir müssen den BMW nehmen. Weil die zwei Autos sind halt Cabrio. Also, es ist halt nicht so sicher. Da können wir halt so leichter getroffen werden. Und ich mein, wenn wir 1000 Sterne haben, kommen da wahrscheinlich tausende Polizisten, Militär und alles. Deshalb brauchen wir ein Auto, was komplett zu ist. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den BMW jetzt hier. Und steigen da mal kurz ein. So, und dann würde ich sagen, kann die Reise auch schon losgehen. Wir fahren einmal ganz kurz hier raus aus der Base. Digga, das ist so krass. Guckt euch das an. Einfach wirklich so eine Geheimbase hier. Mitten irgendwo und nirgendwo. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz aufs Handy schauen. Denn es ist gerade 14.29 Uhr. Um 14.45 Uhr beginnt tatsächlich schon die Rede vom Präsidenten. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Weil, soweit ich weiß, findet die Rede irgendwo hier oben im Observatorium statt. Ich glaub, hier in dem Bereich. Das heißt, da müssen wir einmal hinfahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich mein, ich hab schon mal ein Video gemacht, wo ich 100 Sterne entkommen bin. Das war schon heftig. Wie viele, Bro? Wie viele? Oh mein Gott. Zieh durch, Bro. Oh mein Gott. Zieh. Was zur Hölle ging da ab, Bro? Leute, habt ihr das gesehen? 100 Sterne. Der komplette Laden war voll. Digga, guckt auf die Karte. Wie viele Polizisten das waren, Leute. Okay. Wir müssen jetzt richtig schnell durchziehen, Digga. Das Ding ist, Leute, wir müssen die Juven jetzt auch irgendwo sicher machen. Digga, oh mein Gott. Die sind überall, Bro. 100 Sterne ist zu viel. Aber jetzt einfach nochmal das Zehnfache. Also 1000 Sterne. Digga, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber egal. Ich würde sagen, ich fahre mal ganz kurz da hoch jetzt. Und oh mein Gott, Junge. Das Auto war eine richtige Wahl. Guckt euch mal an, wie schnell das ist. Das sind auf jeden Fall richtige Killerwagen hier. Guckt euch das mal an, Leute. Ihr seht alles auch all in black mit getönten Scheiben. Dass wir hier wirklich komplett anonym sind. Und wenn ich nicht falsch liege, müsste das Auto sogar über 500 kmh schaffen. Damit wir hier heute auch perfekt ausgerüstet sind, um hier 1000 Sterne zu entkommen. Aber egal. Ja, ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn wir oben bei der Rede angekommen sind. Okay, Leute. Wir müssten jetzt eigentlich so gut wie da sein. Also da oben müsste der Präsident jetzt eigentlich gleich seine Rede halten. Ich schaue mal, ob da schon ein paar Leute da sind. Es kann halt sein, dass das übel krass bewacht wird. Warte mal. Ist das Militär? Nein, wartet mal, Leute. Das müssen wir uns ganz kurz anschauen. Lol. Oh mein Gott. Hä? Als wenn da einfach schon Militär steht. Okay. Das heißt, dass der Präsident eventuell schon da ist. Ich meine, da ist Militär, Leute. Das kommt eigentlich nur, wenn richtig krasse Sachen anstehen. Deswegen, wir dürfen da nicht zu nah hinfahren. Wir müssen das Ganze ein bisschen von Distanz machen. Sonst sind wir direkt tot. Weil das Militär hat übel krasse Waffen. Das heißt, ich fahre mal so ein bisschen hier auf den Berg. Und oh mein Gott. Ich glaube, ich sehe es schon. Nein, was geht da denn ab? Okay, Leute. Ich parke mal mein Auto jetzt hier oben so ein bisschen auf den Berg. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen ransneaken. Und erst mal ganz kurz so ein bisschen die Lage abchecken. Also, da unten war so Militär. Da hinten stehen auch überall Polizisten. Es sind auch schon übel viele Leute da. Und nein. Nein. Oh mein Gott. Wirklich, er ist da. Leute, da ist einfach der Präsident von Los Santos. Und er hält da gerade wirklich so eine Rede. Es sind noch übel viele Zuschauer. Die klatschen auch gerade. Okay, aber da vorne ist nur ein Polizist, glaube ich. Mehr ist da gerade nicht. Ich gucke mal da hinten. Okay, da ist auch noch... Oha, SWAT-Einheit ist da, Leute. Ihr seht, die haben das komplette Areal abgesperrt. Ich glaube, man kommt da auch nur rein, wenn man eine Einladung hat. Und das haben wir in dem Fall ja nicht. Wir gucken mal ein bisschen weiter vorne. Oha, der ist mit Limousine da. Und auch überall Polizisten. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, lasst uns nicht zu lang warten. Es ist langsam an der Zeit, schlimme Dinge zu vollenden. Ich glaube, hier sollten wir auch eine gute Schussbahn auf den Präsidenten haben. Und dann seid euch jetzt bitte bewusst, das ist der letzte Moment ohne Sterne. Weil sobald ich auf den Präsidenten schieße, müssten wir direkt 1000 Sterne bekommen. So, okay, Leute. Ich habe jetzt genug gelabert. Ich habe, denke ich, eine gute Position. Ich richte meine Waffe. Ihr seht, der Präsident ist noch am Reden. Ich würde sagen, ich zähle jetzt bis drei. Und dann drücken wir ab, okay? Seid ihr bereit? Eins. Zwei. Drei. Feuer. Oh mein Gott. Nein. Oder wie viele Sterne sind das? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, SWAT. SWAT ist direkt da. Guck mal auf die Karte unten. Legst mich den Polizisten direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, 1000 Sterne haben die Laserwaffen. Wie viele sind das? Wir sind gleich tot. Junge, die haben Laserwaffen in die Karte. Was? Was geht hier ab? Guckt auf die Karte unten links. Hier, die schießen mit Laserwaffen, Bro. Helikopter, alles da direkt, Leute. Die müssen durchziehen. Wir müssen durchziehen. Digga, Leute, das ist viel zu krass. Guckt euch aber an, wie das aussieht. Wie viele Sterne das sind, Bruder. Es kommt direkt Militär, Leute. Hier, guckt euch das an. Einfach Militär. Unendliche Polizei auch durchsucht. Und die schießen mit Laserwaffen, Bro. Sein Mann schießt Polizei mit Laser. Digga, 1000 Sterne ist zu krass. Yo, die machen direkt Straßensperre. Bruder, wie viele? Bruder, oh mein Gott. Digga, das ist nicht mehr Militärfahrzeug. Oh mein Gott. Junge, Riesenswot-Autos. Ey, Leute. Junge, Helikopter, alles. Hier, guckt euch mal an hinter mir. Wie viele Autos da kommen, Junge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Autos auf einmal. Ey, Leute. Ich glaube, wir können jetzt nichts anderes machen, als irgendwie am besten an den Flughafen zu fahren und uns irgendwie einen Helikopter holen oder so. Weil ich meine, auf der Straße überleben wir das nicht lange. Ich meine, das Auto ist zwar kugelsicher, aber die schießen mit Laserwaffen. Das habe ich nicht berechnet. Das kann halt sein, dass das Auto explodiert irgendwann. Digga, wisst ihr was? Ich steige kurz aus. Soll ich versuche, um die abzuballern? Ich hole kurz Minigall raus, Leute. Action. Yeah. Oh mein Gott. Boah, die haben Laserwaffen. Und ich habe auch das Gefühl, die haben viel mehr Leben, Digga. Hier, schaut mal. Wenn ich auf Kürbel schieße, wie viel Leben die haben, Bruder? Ich schieße mit einer Minigun. Abmarsch. Oh, da kommt direkt ein Riesenswad-Auto. Ihr seht auch unten links, es gibt jetzt so richtig dicke rote Punkte. Das sind so richtig krasse Fahrzeuge. Ja, die schießen mit Laser, Junge, Bro. Was geht unten auf der Karte ab? Das ist ja normal. Wir müssen hier irgendwie weg. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Junge, mein Auto explodiert gleich, wenn die weiter mit Laser schießen, Junge. Ich meine, es kann ja niemand ahnen, dass die bei 1000 Sternen mit Laserwaffen schießen, Bro. Oh, okay, Leute, ich gebe jetzt Vollgas. Ich glaube, meine einzige Chance zu entkommen ist, dass ich hier meine Geschwindigkeit ausnutze. Und jetzt irgendwie schnell an den Flughafen runterfahre. Und da oben kommt direkt... Was ist das denn? Da ist irgend so ein blaues Fahrzeug. Ey, die packen mich ein. Bruder, was geht hier ab? Ey, beiseite mit euch. Junge, habt ihr dieses riesenblaue Fahrzeug gesehen? Was war das? Da sind selber gleich so 20 Leute drin oder so. Ja, SWAT ist auch wieder da. Junge, komm bitte auf die Karte und wie viele Polizisten folgen mir. Okay, wartet, Leute. Ich habe eine Idee. Ich fahre kurz vor. Ich steige schnell aus. Ich nehme jetzt die vier Leute. Zack. Nimm das, Junge. Bum, weg mit euch. Oh, mein Gott. Du auch, Junge. Bum. Und ihr auch. Bum. Oh, Militär. Boah, wie viele Leute sitzen da drin? Da sitzen gleich fünf Leute drin. Ja, genau. Bruder, und ich sehe auch gerade. Schaut mal bitte unten links auf mein Leben. Junge, ich bin gleich tot. Wie viel Schaden machen diese Laserwaffen? Junge, guck doch auf die Karte. Und ich habe nur noch 10 HP oder so. Digga, und diese kacken Militärfahrzeuge. Junge, mach einen Abgang. Einfach in die Luft gejagt, Junge. Bruder, was? Oh, mein Gott. Was ist das denn? Wir müssen weg hier. Was ist das für eine Straßensperre? Das sind einfach vier riesen Spot-Autos gewesen. Ey, Leute, ich sage euch, 1.000 Sterne ist zu krass. 1.000 Sterne ist viel zu krass. Okay, Leute, ich fahre jetzt hier kurz durch. Ey, mein Speed bringt mir echt so einen Vorteil. Ihr seht's. Und ihr, Junge, macht einen Abgang. Bum. Okay, wir müssen jetzt irgendwie zum Flughafen, Leute. Und dann irgendwie einen Helikopter klauen. Weil auf Land halten wir es nicht mehr lange aus. Ich sage es euch. Ich meine, die schießen mit Laser, Bruder. Es werden mal 1.000 Sterne Polizisten einfach Laser verfahren. Okay, Leute, ich lege jetzt nochmal ein paar Minen hier auf die Straße. Das, wenn die mir hinterher fahren, ich die einfach alle in die Luft jagen kann. Seid ihr bereit, Leute? Achtend, es wird jetzt so einen Knall geben. Kommt doch, hä? Bum. Warte mal, was ist das denn? Was ist das denn? Die haben zwei LMGs auf dem Auto. Ja, ist klar. Einfach ein LMG-Auto. Junge, machen Abgang. Weg mit dir. Okay, Leute, wir sind am Flughafen angekommen, aber... Ey, lass mich durch. Nein. Die Sperre geht nicht auf. Oh, wir sind drunter durchgefahren. Nein, geh auf, geh auf, geh auf. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir fahren. Wir müssen irgendwie einen Helikopter finden. Digga, wir müssen jetzt irgendwie kurz gucken, wo finde ich einen Helikopter oder einen Flugzeug oder irgendwas? Hier sind schon wieder 3.000 Fahrzeuge am Flughafen, Bro. Ich meine, schaut unten links auf die Minimap. Das sind tausende Polizisten, Bro. Okay, hier ist ein Chat, Leute, aber es dauert zu lange. Wir brauchen einen Helikopter. Ja. Okay, da ist einer, Freunde. Hier ist Helikopter, hier ist Helikopter. Sehr gut. Okay, wir müssen jetzt schnell aussteigen. Jetzt. Jetzt oder nie. Das ist unsere einzige Chance. Okay, ich hole schnell einen Minigun raus. Wir müssen nur kurz die Helikopter runterballern. Die halten uns sonst vom Starten ab. So, weg mit dir. Ja, und in der Zeit sind wieder 3.000 Polizisten da. Okay. Junge, weg mit dir. Boom. Okay, wir müssen langsam rein in den Helikopter, Freunde. Junge, der hat sogar, glaube ich, einen Minigun oder was? Der hat sogar Waffen. Okay, wir sollten aber langsam mal abheben, Bruder. Es wird langsam knapp. Ja. Wir fliegen. Okay, wir fliegen, Leute. Sehr gut. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich die Waffen benutzen soll. Wir müssen auch die Helikopter irgendwie abhängen. Okay, jetzt müssen wir wenigstens schon mal das What und das Militär los sein. Jetzt hängt uns nur noch die Polizei im Rücken mit ihren dummen Helikoptern. Aber okay, Freunde. Ich gucke jetzt mal, dass wir uns irgendwie in Sicherheit bringen können. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Und zwar habe ich einfach mal eine geheime Insel irgendwo und nirgendwo da mitten auf dem Meer. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt landen können. Und Bruder, was geht da unten am Steg ab? Bruder, wie viele Polizisten warten da auf mich, Bro. Junge, Eitos-Sterne ist einfach zu krass. Ich sage es euch. Aber ich glaube, unser Helikopter ist schneller als der Polizeihelikopter. Und die folgen mir unten auf der Straße. Schaut mal. Guckt ihr am Strand schillen? Hä, ihr Loser? Ich habe einen Helikopter. Okay. Bruder. Ja, okay. Die haben Laser mit den ganzen... Ja. Leute, wir müssen runter vom Land. Ich fliege wieder raus aufs Meer. Ich fliege jetzt einfach auf meine geheime Insel. Da wird mich hoffentlich niemand finden. Und dann sind wir hoffentlich die Eitos-Sterne los. Das nenne ich mein Erlebnis, okay. Die Sterne blinken sogar gerade, Leute. Das ist sehr gut. Das heißt, aktuell haben sie mich nicht auf dem Radar. Digga, mit Helikopter auf dem Wasser ist das echt easy, ne? So, das Ding ist, ich muss mal gucken. Ich bin mir gar nicht ganz genau sicher, wo die Insel ist. Und nein. Bruder, woher kommt ihr denn? Nein. Ich habe wieder Helikopter zu mir. Bruder, wir müssen die Insel finden. Wo ist die Insel? Okay, Freunde. Die muss, glaube ich, da hinten sein. Ich sehe nämlich schon eine Yacht. Und ja, da ist sie, Freunde. Da ist die geheime Insel, von der ich gesprochen habe. Wir müssen da jetzt irgendwie landen, ne? Um irgendwie diese dumme Helikopter loszuwerden. Okay, Bruder. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. 1000 Sterne Escape in GTA 5. Okay, warte. Wir landen kurz. Die schießen doch wieder mit Laser auf mich. Digga, was ist das? Okay, landen, Freunde. Helikopter ist gelandet. Ich werde die jetzt alle so runterballern, ne? So, Minigun raus. Und jetzt weg mit euch, Junge. Erster Helikopter ist dead. Nächster Helikopter ist dead. Und du auch, Junge. Komm hier. Ja, das war's mit dir. Da ist noch einer. Digga, wie schnell kommen die? Junge, jetzt ist mal Feierabend hier, Junge. Weg mit euch. Okay, ich glaube, die hätten wir erst mal weggeballert. Wir müssen jetzt schnell ins Haus rein. Bruder, ich muss mich in Sicherheit bringen. Okay, die Sterne blinken wieder, Freunde. Wir sind aktuell nicht im Radar. Da kommt wieder ein Helikopter, Junge. Bitte, nein. Er hat mich gesehen. Du 31er, Junge. Ich schieße dich raus aus dem Helikopter, Junge. Headshot. Ja, da gehst du flöten. Weg mit dir. Okay, wir müssen ins Haus rein, Leute. Wir müssen ins Haus flüchten. Digga. Aber was sagt ihr dazu, dass ich hier einfach so eine Privatinsel irgendwo und nirgendwo habe? Ich sage ja, ich habe mich auf den heutigen Tag gut vorbereitet. Okay, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Ich muss doch erst wieder ein bisschen Leben regenerieren. Okay, wir verstecken uns hier jetzt in unserer Privatinsel, Leute. In der Hoffnung, dass die Sterne weggehen. Und ich glaube, es klappt sogar. Ihr seht, es verschwinden langsam Sterne. Ich verstecke mich einfach hier im Schlafzimmer. Ich bin gar nicht da. Ja. Leute, die Sterne verschwinden. Es werden immer weniger. Ich bin gar nicht da. Ich verstecke mich nur in meinem Haus. Bitte, kommt schon. Verschwinde Sterne. Ihr müsst verschwinden. Kommt schon. Sie blinken immer noch. Kommt schon. Aber sie hat weniger. Es sind wahrscheinlich nur noch so ein paar hundert. Kommt schon. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Kommt schon. Ja. Let's go, Leute. Wir haben es geschafft. Wir hatten einfach 1000 Sterne in GTA 5 und sind einfach alle entkommen. Ihr seht schon, wir haben einfach mal keine Waffen. Also keine Pistole. Nicht mal irgendwie Messer oder sowas. Wir haben wirklich gar nichts. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass Waffen logischerweise illegal sind. Und daher dürfen wir auch keine Waffen besitzen. Weil ich meine, das wäre ja sonst der erste Regelbruch. Und deshalb starten wir hier einfach mal rein ohne Waffen. Ich habe keine Ahnung, wie wir so ein GTA überleben sollen. Aber ich denke, ich werde mir da auf jeden Fall noch was ganz Nices einfallen lassen. Wir müssen nur jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie in die Stadt kommen. Weil ihr seht, meine Garagen sind leer. Das heißt, hier können wir uns schon mal kein Auto nehmen. Ich besitze nämlich aktuell leider noch kein Auto. Das heißt, wir rennen mal ganz kurz hoch an die Straße. So, einmal rausspaziert. Ah nein, warte mal. Nein, Freunde. Mir fällt gerade ein, wir dürfen keine Regeln brechen. Bedeutet, wir dürfen uns auch keine Autos klauen. Normalerweise, Freunde, ihr wisst es, es ist GTA. Man stellt sich vor ein Auto, zieht ihn raus, steigt ein und klaut das Auto einfach. Aber nicht heute. Nicht heute. Denn wir dürfen keine Regeln brechen. Das heißt, wir brauchen ein Transportmittel auf legale Art und Weise. Und deshalb würde ich sagen, Freunde, öffnen wir erstmal unser Handy. Schauen mal in unsere Kontakte rein. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ein Taxi rufen können. Ich glaube, ich habe noch nie ein Taxi in GTA benutzt, weil... Warum auch? Man kann überall Autos klauen. Also, das ist heute Primäre, dass ich mal ein Taxi rufe. Das heißt, wir rufen mal ganz kurz an, Freunde. Mal gucken, ob jemand reingeht. Okay, er sagt, der Fahrer ist gleich da. Wir haben jetzt ein Taxi bestellt, Leute. Oh, Freunde, schaut mal, was da vorne steht. Ich glaube, das Taxi ist da. Aber das Ding ist, wie kommen wir jetzt hier über die Straße? Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie über die Straße kommen. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Oh, oh, schnell. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier ein Regelbruch war, über die Autobahn zu laufen. Ich hoffe mal nicht. Okay, wir steigen ins Taxi ein, Leute. Okay, der fragt mich einmal, wo es hingehen soll. Ich würde sagen, wir fahren einmal zu meinem Wegpunkt, denn ich habe nämlich ein Autohaus markiert, dass wir uns auch direkt mal ein Auto kaufen können. Okay, der Taxifahrer fährt jetzt. Wir müssen jetzt aber erst mal hoffen, dass der Taxifahrer keine Regeln bricht, weil ich habe gehört, es soll auch in GTA die ein oder anderen Taxifahrer geben, die das ein oder andere Mal über eine rote Ampel fahren. Aber okay, also ein bisschen schneller kannst du ruhig fahren. Junge, der fährt 53 auf der Autobahn. Ich meine, das ist fast eine Straftat. Du behinderst den kompletten Verkehr, Mann. Schau mal, die Autos, das staut sich schon hinter uns. Was macht der? 6,5 Stunden später. Okay, Leute, ihr seht die letzten 200 Meter. Wir sind jetzt gleich da vorne am Autohaus. Das Ding ist, normalerweise würde man jetzt einfach aussteigen in GTA, damit man nichts bezahlen muss. Aber auch das wäre eine Straftat. Also das ist auch eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Einfach einen Taxifahrer bezahlen. Okay, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu teuer. Das hat mich einfach 400 Dollar gekostet. Einfach für einen Taxifahrt in die Stadt 400 Dollar bezahlt. Der hat mich maximal abgezogen, der Typ. Aber okay, wir rennen einmal über die Straße. Hier hinten ist nämlich das Autohaus. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal schnell ein eigenes Auto kaufen, damit wir nicht die ganze Zeit mit dem Taxi rumfahren müssen. So, das heißt, wir gucken doch glatt mal, ob denn vielleicht ein Autoverkäufer da ist, der uns ein Auto verkaufen kann. So, ich schaue jetzt gerade mal. Ich sehe nur gerade, dass hier drin keine Autos stehen. Ich glaube, wir müssen mal hinter den Laden schauen, weil manchmal stehen auch hier hinten Autos zum Verkauf. Und ich sehe schon, da hinten stehen ein paar Autos. Ey, ich hoffe, da ist irgendwas Geiles dabei. Okay, wir gucken mal. Es sind tatsächlich nur drei Autos, die gerade da sind. Okay, sieht aber alles jetzt gar nicht so krass aus, muss ich sagen. Also, aber warte mal, das sieht krass aus. Das ist, glaube ich, so ein Ford Mustang, oder? Ja, das ist ein Mustang. Oha, aber warte mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich meine, Freunde, wir könnten ja eins machen, ey. Und zwar könnten wir den Wagen vielleicht noch ein bisschen auftunen, dass er so richtig brutal aussieht, um vielleicht die Polizei auf der Straße so ein bisschen zu provozieren. Wir müssen so eine richtige Tuning-Karre machen. Und ich glaube, dafür ist so ein Mustang bestimmt gut geeignet. Okay, jetzt ist gerade was aufgeploppt. Möchtest du das Auto kaufen? Das kostet 75.000! 75.000! Ja, okay, das geht aber eigentlich. Boah. Okay, wisst ihr was, Freunde? Ich würde sagen, wir kaufen das einmal. Wir drücken einmal auf Kaufen uns. Okay, du hast das Auto gekauft. Ich glaube, wir dürfen das Auto jetzt legal fahren. Ich meine, wir hätten es auch einfach aufbrechen können und klauen können. Aber ich meine, das wäre halt eine Straftat gewesen. Deshalb haben wir jetzt 75.000 dafür bezahlt. Egal. Jetzt dürfen wir das Auto auch legal fahren. Ich hoffe, Papiere sind jetzt alles dabei. Früher schon haben wir auch. Das heißt, ich würde sagen... Boah. Ich glaube, der geht ab. Oh. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, das Auto. Nur das Ding ist, jetzt, wo wir selber fahren, müssen wir echt drauf aufpassen, dass wir keine Verkehrsregeln brechen. Huh, okay. Das heißt, Autofahrer Lumex. Wir schauen erst mal. Hier ist Verkehr. Wir kommen aus einer Seitenstraße. Das heißt, auf jeden Fall, wir müssen hier Vorfahrt gewähren. Okay, wir reihen uns einfach jetzt gleich mal hier rechts ein. Aber bevor wir das machen, machen wir erst mal einen kleinen Soundcheck. Oh. Ja, okay. Die Karre macht gut. Krach auf jeden Fall. Aber okay, es ist frei. Ich würde sagen, wir reihen uns einmal ein. Wir müssen auch drauf achten. Wir sind in der Stadt hier. Das heißt, wir dürfen maximal 50 kmh fahren. Hier ist auch direkt eine rote Ampel. Ihr seht auch hier Fußgängerschild. Hier ist ein Fußgängerweg, der überquert werden kann. Das heißt, wir müssen auch auf Fußgänger achten. Junge, was geht hier ab? Ich habe noch nie so krass auf... Ey, warte mal. Was macht er denn? Ey, er ist bei Rot gefahren. Junge, er hat einfach Regeln gebrochen. Er ist einfach bei Rot gefahren. Ey, und Dinger, was macht er denn? Er rappt mich. Dinger, was sind das für NPCs? Aber endlich. Es ist grün, Freunde. Wir dürfen abbiegen einmal. Okay. Dinger. Bruder, das ist echt nicht normal. Wir müssen auch drauf achten, dass wir nicht über 50 fahren. Und ich muss schon wieder warten. Ey, das bockt nicht. Okay, warte, das ist grün. Wir fahren. Ey, ich habe irgendwie trotzdem mal Bock, so vielleicht eine kleine Regel zu brechen. Nur eine ganz kleine. Um mal zu testen, ob wirklich die Polizei kommt. Weil ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die Polizei einfach kommt und uns anhält. Ey, wisst ihr was? Egal. Wir drücken einfach mal aufs Gas. Oh, wir sind schon bei 120. Oh, oh. Oh, wir sind ein bisschen viel zu schnell. Egal. Wir fahren einfach. Wir fahren einfach. Oh mein Gott. Ich habe das Auto gerammt. Oh nein. Oh mein Gott. Ja, genau. Die Polizei ist hier. Oh mein Gott. Nein. Ich habe unten auf der Karte. Es leuchtet. Oh nein, er kommt. Oh nein. Nein. Wir haben so reingekackt. Oh nein. Er kommt. Herr Officer, ich habe nichts gemacht. Jo, was? Was geht, Homie? Was habe ich falsch gemacht? Hier sind 127 in der 45er-Zone gefahren. Oh, das ist ein bisschen viel zu schnell. Ich kann das erklären, Herr Officer. Also. Er schreibt da irgendwas auf seinen Zettel. Herr Officer, wir können. Ich habe ein Bußgeld von 1.640 Dollar bekommen. Und ich habe einen Punkt bekommen. Oh mein Gott. Ihr seht, Freunde. Wir dürfen wirklich keine Regeln brechen. Wir mussten einfach gerade 1.600 Dollar bezahlen. Und ich habe einfach einen Punkt bekommen. Tika, ich sage es ja. Wir dürfen keine Regeln brechen. So schnell ging es. Die Polizei war einfach direkt hinter uns auf einmal. Aber okay. So läuft das nun mal. Ihr seht, wir dürfen wirklich keine Regeln brechen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Freunde. Wir fahren einmal zu einem Tuner. Ich meine, ein Auto zu tunen an sich ist ja nicht illegal. Ich meine, solange das Auto dann nicht zu schnell ist und nicht zu laut ist, ist eigentlich alles legal. Das heißt, wir fahren jetzt einmal zum Tuner. Aber wir dürfen nur 50 fahren. Ich war gerade schon wieder viel zu schnell. Ihr seht es ja unten rechts immer. Digga, das ist so schwer, sich hier an Regeln zu halten. Nein, ihr klappt das gar nicht. Falls ich bis dahin... Oh mein Gott, ich wäre fast bei Rot gefahren. Oh. Okay, wir sind gleich da, Freunde. Wir müssen nur noch links abbiegen. Da ist aber gerade ein Fußgänger. Wir warten mal auf Save. Darf ich hier jetzt ein... Digga, er hat ihn einfach umgefahren. Digga, was macht der? Er hat einfach zwei Mal angefahren. Aber okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so stehen darf. Ich fahre mal lieber schnell hier rein jetzt. Okay, wir sind jetzt beim Tuner. Ey, ich hoffe mal nicht, dass das illegal ist, das Auto jetzt hier zu tunen. Weil der Ford ist geil, aber er sieht noch ein bisschen langweilig aus. Ich glaube, hier kann man noch mehr rausholen, Leute. Okay, wir fahren mal zum Tuner rein. Ey, ich hoffe, wir können das tunen jetzt, ne? Okay, Ford Mustang GT, Sportwagen. Mal schauen, was wir aus diesem Teil so machen können. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man so Mustangs immer richtig krass auftunen kann. Deshalb würde ich sagen, komm, wir ballern hier für 25.000 direkt mal eine richtig fette Panzerung rein. Bremsen müssen rein. Also ich glaube, wir können das erstmal hier, was die Motorisierung angeht, richtig voll ballern. Ihr seht, wir ballern hier nur das Beste rein. Okay, das hätten wir. Jetzt kommen wir zum Optischen. Und ich glaube, hier kann man richtig viel machen. Es geht los bei den Stoßstangen, Frontstoßstange. Was können wir? Oha! Man kann hier richtig viel machen. Schaut mal, wie brutal das auf einmal aussieht. Okay, ich glaube, das kaufen wir. Das sieht richtig krass aus. Okay, was kann man beim Heck noch machen? Ey, man kann hier wirklich richtig viel tunen. Das Ding ist, desto krasser das Auto aussieht, desto häufiger wird uns wahrscheinlich auch die Polizei anhalten. Aber egal. Okay, was nehmen wir hier? Das sieht auch alles echt krass aus. Wir nehmen das hier. Das sieht krass aus. Okay, das hätten wir auch. Fahrgestell. Was ist das? Boah, man kann hier so ein Käfig reinmachen. Ballern wir alles rein, Freunde. Auspuff können wir auch noch machen. Boah, wir können so vier richtig fette Auspuffe dran bauen. Yo. Dann wird uns die Polizei zwar bestimmt jedes Mal anhalten, aber egal. Wir kaufen das einfach mal. Oh mein Gott. Was kann man da alles machen? Oha! Wa? Ja, genau. Ja, ja. Okay, wir haben das Ganze gekauft. Oh mein Gott. Was ist das denn? Alter. Okay. Wir haben übertrieben. Wir haben komplett übertrieben. Oh mein Gott. Was haben wir aus diesem Auto gemacht? Ich habe nur ehrlich gesagt jetzt ein bisschen Angst, dass das Ding zu schnell ist. Okay, wir gucken mal. Ich glaube, es ist halt jetzt übertrieben schnell. Wir fahren jetzt schon 50 auf einmal. Okay, ich glaube, das Ding ist jetzt übertrieben schnell. Wir fahren mal auf die Autobahn. Ich glaube, da ist ja unbegrenzt. Da können wir mal richtig durchdrücken. Okay, ich gucke mal, dass wir jetzt irgendwie auf die Auto. Oh mein Gott. Warte mal. Wir haben direkt einen Stern bekommen. Ich glaube, das Auto darf so nicht sein. Ich glaube, das ist illegal. Ich glaube, wir haben das Auto illegal getunt. Wir haben direkt Stern. Oh mein Gott. Oha! Was? Okay. Oh mein Gott. Das war es. Leute. Auf einmal war Polizei da. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie uns jetzt anhalten, aber wir haben direkt Sterne bekommen schon auf einmal. Direkt einfach. Ich habe gar nichts gemacht. Digga, wir hauen einfach ab. Sollen wir einfach durchziehen? Digga, dann kommen wir mal ins Gefängnis. Ich glaube, wir ergeben uns einfach. Sollen wir einfach stehen bleiben? Ey, komm, Freunde. Wir ergeben uns einfach. Weil wenn wir jetzt abhauen, am Ende ist es halt noch eine schlimmere Straftat. Okay, wir halten einfach mal an. Er kommt wieder gelaufen. Mal schauen, was er jetzt zu sagen hat. Okay, Herr Officer. Wie kann ich Ihnen diesmal helfen? Ja, ich weiß. Boah, warte mal. Es ist nicht mehr wegen dem Auto. Er sagt, weil wir zu schnell gefahren sind nur. Also ich glaube, das sagt er jetzt so. Aber eigentlich ist er nur neidisch auf unser Auto. Wir haben wieder 1.000 Dollar Strafe bekommen. Und den zweiten Punkt. Ich glaube, wenn wir sieben Punkte haben, wird uns der Führerschein komplett weggenommen. Dann können wir einfach kein Auto mehr fahren. Aber okay, ihr habt es gesehen, Leute. Wir dürfen mit dem Auto an keiner Polizei mehr vorbeifahren. Und das Auto sieht einfach zu krass aus, dass wir uns direkt anhalten. Okay, Freunde. Ich würde jetzt allerdings als nächstes sagen, dass wir einmal zu einem Waffenladen fahren. Ihr denkt jetzt aber bestimmt jetzt so, aber hä? Lumex Waffen sind doch illegal. Ja, das sind sie auch. Solange man damit auf Menschen schießt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dahin, versuchen uns eine Waffe zu kaufen. Und dann werden wir damit versuchen, Tiere zu jagen. Weil das ist an sich legal hier in Los Santos. Wir können also an sich legal Waffen benutzen. Solange wir damit nicht auf Menschen schießen. Von daher würde ich sagen, fahren wir jetzt einmal schnell zum Waffenladen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Ewigkeit später. Okay, Freunde der Nacht. Wir sind da. Da ist der Waffenladen. Ich bin auch extra jetzt hier im Sandy Shores Gebiet zum Waffenladen gegangen. Weil hier achten die an sich sowieso nicht so krass drauf, wer jetzt hier Waffen kauft. Weil hier hat sowieso gefühlt jeder Zweite eine Waffe. Deshalb hoffe ich mal, dass sie uns jetzt Waffen verkaufen. Wenn wir denen sagen, dass ich die nur für die Jagd brauche. Ich meine, wir werden damit auch maximal wirklich nur jagen gehen. Und nicht auf Menschen schießen, weil sonst kommen wir direkt in den Knast hier. Das heißt, wir gucken einmal. Okay, er hat schon mal Hallo gesagt. Ich glaube, er hat Bock, uns was zu verkaufen. Okay, bisher sieht es gut aus. Wir dürfen uns Waffen angucken. Okay. Das Ding ist, wir brauchen jetzt auch eine Waffe, die als Jagdwaffe durchgeht. Wir können uns zum Beispiel jetzt nicht irgendwie so eine AP-Pistole kaufen, die so bumm, bumm, bumm macht. Das ist ein bisschen unrealistisch. Das heißt, wir können uns zum Beispiel eine Maräte kaufen, weil das ist ja an sich oder zählt ja als Werkzeug. Das heißt, das kaufen wir uns einmal. Wir haben eine Maräte gekauft. Das ist gut. Äh, Schlagring zum Beispiel ist illegal. Dürfen wir nicht besitzen, ne? So eine Shotgun auch nicht. Ne, das dürfen wir alles nicht haben. Okay. So ein Schützengewehr könnten wir uns an sich kaufen. Okay, dann kaufen wir uns einmal das Schützengewehr. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt Sterne bekommen. Meint ihr, wir können es kaufen? Ich kaufe es in drei, zwei, eins. Okay, wir haben es gekauft. Aber wir haben keine Sterne bekommen. Anscheinend ist es legal zum Jagen. Okay. So, ein Holzgriff, damit es auch nach einer Jagdwaffe aussieht. Und ich glaube, dann passt das eigentlich. Und ich glaube, eine Muskete können wir uns auch noch kaufen, weil das zählt auch als Jagdwaffe. Das heißt, eine Muskete kaufen wir uns einmal ein bisschen Munition noch und einmal eine Präzisionspistole. Das ist auch eine Jagdwaffe. Die können wir uns auch mal kaufen, ne? Jetzt haben wir mäßig nur Waffen, die als Jagdwaffe durchgehen. Aber ich glaube allerdings, bevor wir den Laden jetzt verlassen, müssen wir noch ein was machen. Und zwar müssen wir uns Jagdkleidung kaufen, weil wenn wir so mit Waffen rumrennen, dann kommt wahrscheinlich die Polizei. Das heißt, um das Ganze hier ein bisschen realistisch zu machen, brauchen wir noch irgendwie eine Jagdfeste oder so. Hier sowas zum Beispiel, damit wir mäßig wie ein Jäger aussehen. Kaufen wir uns einfach mal. Jetzt haben wir uns noch richtig viel Geld ausgegeben, aber ich glaube, jetzt dürfte nichts passieren. Und, bekommen wir Sterne? Es sieht gut aus, Freunde. Wir haben keine Sterne bekommen. Sehr gut. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben hier einmal so ein Jagdgewehr jetzt. Was eigentlich auch ausreichen würde, um damit Menschen zu töten. Also, ich meine, das ist ein richtiges Jagdgewehr. Wir haben eine Muskete. Die schießt mit so Schrotpatronen. Die ist auch sehr, sehr krass. Und wir haben irgendwie so eine Präzisionspistole. Und irgendwie hätte ich gerade so richtig Bock, einfach den Typen aus dem Auto abzukniden. Aber dürfen wir nicht, weil es illegal ist. Also, okay, Ladies and Gentlemen. Wir steigen in das Fahrzeug ein. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt am besten legal schießen dürfen. Wir müssen also in ein Jagdgebiet. Also, ich glaube, hier so in dem Bereich sollte man jagen können. Ich mache mal eine Markierung hier hin. So, dann würde ich sagen, fahren wir einmal dahin. Natürlich mit begrenzter Geschwindigkeit. Ihr wisst, außerhalb der Stadt ist 80. Das heißt, wir fahren hier auch maximal 80. Und das geht so schnell, weil das Auto zu krass getunt ist, dass ich nur einmal ganz kurz drauf ins Rücken brauche. Und das gefühlt schon bei 80 ist. Aber, okay. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Jagdgebiet. Und, Digga, der schläft fast ein, der Typ da, ne? Digga, wisst ihr was? Hier ist doch sowieso keine Polizei. Digga, wisst ihr was? Scheiß drauf. Hier ist sowieso keine Polizei. Wir drücken einfach durch. Ja, aber warte mal. Hä? Was? Woher? Hä? Oh mein Gott, was? Digga, wo kamen die denn jetzt her? Ey, ich dachte, hier ist keine Po... Oh mein Gott, ey. Jetzt kommt hier so ein Sheriff. Ihr wisst, hier sind die Sheriffs unterwegs, ja. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? 94 in der 55er-Zone. 94 in der 55er-Zone. Ey, es tut mir doch leid, ja. Ich kann doch auch nichts dafür. Mein Auto ist einfach zu schnell. Und ich wusste nicht, dass hier Polizisten sind. Sonst wäre ich ein bisschen langsamer gefahren. Digga, wir haben wieder 780 bekommen. Oh mein Gott, wie teuer ist das denn? Ja, das war es wieder komplett. Woher soll ich denn auch wissen, dass hier mit nirgendwo, nirgendwo einfach Polizei auf einmal kommt? Aber okay, warte mal. Hier war gerade ein Schild, dass hier nur 100 ist. Ihr seht es hier. Hier ist 100, okay. Das heißt, wir fahren jetzt wirklich nur 100, Freunde. Wir fahren 100, fahren jetzt ins Jagdgebiet und schauen mal, ob wir da irgendwie legal jagen können. Und sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir angekommen sind. Okay, wir sind jetzt hier angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es legal ist, wenn wir einfach mal kurz hier runterfahren. Ey, ich hoffe, das sieht niemand. Okay, das hat hier für jeder gesehen. Aber ich hoffe, dass es keine Polizei gesehen hat. Bisher haben wir auch noch keinen Stern oder irgendwas bekommen. Ey, das ist safe halt nicht legal. Aber wir müssten halt jetzt irgendwie jagen gehen. Ich will wenigstens mal hier jetzt auch heute ein bisschen mit Waffen rumballern. Auch wenn es an sich illegal ist. Wir machen es ja auf einer legalen Art und Weise. Und da ist sogar direkt das erste Tier. Schaut mal. Guckt mal, Freunde. Was sehe ich da? Direkt vor uns. Da ist einfach... Was ist das? Hä? Einfach so eine Ente oder sowas. Ey, wir können die eigentlich nicht abknallen. Aber wir müssen halt auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, das Fleisch könnten wir halt verkaufen so mäßig. Ey, ich glaube, wir haben keine andere. Wir müssen irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Oh, warte mal. Dahinten ist auch noch eins. Da. Schaut mal. Da ist ein Reh. Okay, das ist krasser. Wisst ihr was? Wir verschonen den Vogel, Freunde. Wir verschonen den Vogel. Wir gucken lieber, dass wir das Reh bekommen. Okay, jetzt läuft es gerade. Wir müssen warten, bis es stehen bleibt. Und irgendwie den Kopf ein bisschen zu uns neigt. Damit wir so einen besseren Schuss treffen. Weil das Tier muss halt auch mäßig direkt... Ihr wisst schon. Okay, komm. Bleib stehen. Wirklich nicht. Boah, wir hätten jetzt die Chance. Wir könnten, Freunde. Wir könnten jetzt schießen. Na, egal. Renn. Renn um dein Leben. Ey, ich konnte es nicht, Leute. Ich konnte es nicht. Egal, auch wenn es ein Spiel ist, wir erschießen keine Rehe, Freunde. Freunde, lieber fahre ich auf die Straße und lieber fahren ein paar Matches. Okay, na, ich fahre es beiseite. Ja, okay, das war es komplett. Oh, warte mal. Warum ist Polizei hier? Ey, ich schwöre, die warten schon wieder auf mich. Ist es jetzt egal, wenn ich einfach hier reinfahre? Oh, wir sind aus... Oh mein Gott, na. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Das Auto ist ausgebrochen. Ich konnte nichts dafür. Ja, komm, nehmt mir meinen Führerschein weg. Ja, ich habe es verstanden, Jungs. Oder wir steigen einfach aus und rennen. Renn. Okay, ich merke, wegrennen ist auch nicht die beste Idee. Jetzt schießen die einfach auf mich. Ey. Okay, ihr merkt es, Leute. Das war es komplett. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, sollte. Lasst ein Like und ein Abonnier. Ich wollte sagen, wir sehen uns morgen wieder. Lasst ein Like und ein Abonnier. Oaaaaaahhhhhh